Hallo, willkommen beim Bretterwisser Spezial. Ich sitze jetzt hier mit Bernd Brunhofer. Wir sitzen im schönen Mallorca und auch wenn ihr das jetzt hört und es wahrscheinlich eher kurz vor Weihnachten ist, es ist gerade Sommer. Wir haben angenehme Temperaturen. Der Wetterbericht sagt deutlich kälter als in Deutschland, wo irgendwelche Hitzerekorde aufgestellt wird. Aber der Bernd, der lebt inzwischen auf Mallorca. Und Bernd, stell dir einfach mal kurz in einem Satz vor. Also, mein Name, wie schon gehört, ist Bernd Brunhofer. Ich lebe zwar nicht ganz in Mallorca, aber vier bis fünf Monate im Jahr. Ansonsten lebe ich in München, auch eine schöne Stadt. Echt? Du hast noch eine Wohnung in München? Ja, ich habe noch eine Wohnung in München, sogar ein ganzes Haus, wo wir, meine Frau und ich, ja, sieben Monate, sechs bis sieben Monate im Jahr wohnen und fünf bis sechs Monate oder fünf Monate eben hier, ja. Fangen wir mal vorne an. Der Bernd, der hat irgendwann mal in den 80ern gesagt, so, ich gründe einen Brettspielverlag. Wie kamst du damals auf die Idee? Ja, also, da muss ich sagen, ich habe schon sehr früh gerne gespielt, also so wie jedes Kind sowieso. Aber meine Eltern haben gerne Karten gespielt, so ganz konventionelle Kartenspiele. Und ich bin, muss ich dazu sagen, ich bin ja in Graz, in Österreich aufgewachsen und habe da das mitbekommen, dass das Spielen Spaß macht. So, mit 20 bin ich dann nach München gegangen und habe gerne noch weiter so in Freundeskreisen gespielt. Kartenspiele, Mensch ärgere dich nicht, Monopiele, was man so macht. Und ja, das war's. Ich habe dann in München studiert, und zwar Soziologie und habe dann kurz nach dem Studium oder bin dann nach dem Studium in den Schachverein gegangen. Und ich habe auch so sehr früh Schach gelernt, hat mir auch Spaß gemacht und habe mir gedacht, da möchte ich ein bisschen mehr machen und bin in den Schachverein gegangen. Und dort habe ich Karl-Heinz Schmiel kennengelernt und viele andere, die ich heute noch kenne. Und damals hat Karl-Heinz Schmiel schon einige Spiele gehabt, die ich überhaupt nicht kannte. Also zum Beispiel Alaska von, ich glaube, Erik Solomon ist der Autor. Ja, das war für mich eine ganz neue Offenbarung. Und so kamen einige Spiele dazu. Und so wuchs auch meine Kenntnis von verschiedenen Spielen immer mehr. Gut, ich habe dann inzwischen, um es kurz einen Durchlauf zu machen, inzwischen als Soziologe habe ich mein Studium fertig gemacht und habe gearbeitet. Ich habe zwei Jobs gehabt, aber das war Anfang der 80er Jahre und da war der Rotstift angesagt. Das heißt, sie haben gekürzt, gekürzt, gekürzt und ich wusste, ich hätte auf jeden Fall promovieren müssen, habe aber vorher schon ein gutes 15 Semester an der Uni verbracht. Das hat mir eigentlich gelangt und hatte schon zwei Jahre vorher, eben zusammen mit Karl-Heinz Schmiel, den Verlag gegründet. So aus einer Laune heraus? Das kam so. Ich hatte zuvor von einem guten Freund, der aber mit der Spiele-Szene überhaupt nichts zu tun hatte, ein Spiel geschenkt bekommen, namens Der Pate. Der Pate, das war passenderweise in einer Kunststoffschachtel nachgebildet, einem Geigenkasten war das Spiel drinnen. Also so ein richtiger Mafia-Outfit und Mafia-Thema. Man musste da irgendwie, ich habe es kaum mehr in Erinnerung, man musste also irgendwie ein bisschen Go-mäßig, musste man da Gebiete besetzen und kontrollieren, wie halt die Mafia das machte in New York. Und wunderbare Sache war, dass zur Freude unserer Mitspieler ungefähr, wenn wir begonnen haben, fünf Minuten danach haben Kalli und ich uns in die damals noch vorhandenen Haare bekommen, über die Regelauslegung. Okay. Und irgendwann haben wir gesagt, also das müssen wir jetzt einfach anders und besser machen und wir bringen den Paten einfach noch einmal raus, aber mit besseren Regeln. Ja, dann haben wir uns mal hingesetzt. Er hatte seinen Job als Kindergärtner, ich hatte meinen Job an der TU, war das damals. Und dann haben wir gesagt, na gut, machen wir nebenbei, kann man uns aber bald bedenken, dass das vielleicht doch nicht so ohne weiter geht, dass man jetzt einfach das Spiel da irgendwie abkupfert und ein paar Regeln ändert und so weiter. Ohne irgendwie die geringste Ahnung auch nur zu haben, was da juristischen Hintergründe eventuell wären oder auch, wie man sowas überhaupt macht und so weiter. Dann haben wir gesagt, okay, dann wechseln wir mal das Thema, vielleicht wäre ein Western-Thema ganz gut. Ja, okay, warum nicht ein Western-Thema? Und dann drehen wir an der einen Schraube und an der anderen Schraube und schließlich stand das Spiel Dodge City. Und da haben wir uns gedacht, naja, also jetzt sind wir schon soweit, jetzt basteln wir das Ding auch zusammen, so richtig in einer Garagenwerkstatt, wie man das jetzt heute und auch schon damals so genannt hat. Und basteln das irgendwie als Schachteln mit Uhu zusammengeklebt und ich hatte dann einen Freund von früherein Zeiten von irgendeiner Wohngemeinschaft, der hat eine kleine Siebdruckerei gehabt. Ich habe wieder getroffen per Zufall und das war ganz ideal, ich habe gesagt, das wäre doch ideal, ich kann da ein bisschen was lernen, Siebdrucken, so alles nehmen, beim Job nehmen, normal natürlich. Und schauen einmal, ob wir dieses von uns da so kreierte Dodge City auch umsetzen können und drucken können. Also zuerst zeichnen und so weiter und so weiter, ja. Und so entstand das. Und dann haben wir uns gesagt, naja, dann machen wir auch irgendwie so eine Art Verlag auf, ja, so wie es halt so ist. Und dann hat mir jeder ein DIN A4-Blatt genommen und gesagt, jeder schreibt einmal so zehn Namensvorschläge hin, was auch immer, was einem einfällt, ja. Und dann haben wir uns geeinigt auf Hans im Glück, ja, so ein bisschen augenzwinkernd, ja, der Hans im Glück, weiß man ja, ja, der hat mit dem Goldklumpen angefangen und dann mit nichts geändert, aber ist vollkommen glücklich geworden. Wir haben uns gedacht, naja, wir fangen mit nichts an, vielleicht kommt irgendwann ein Goldklumpen daher. Also so, das war der Beginn vom Hans im Glück Verlag. Sind zum Kreisverwaltungsamt gegangen und haben den Verlag als GBR eingetragen, eintragen lassen. Ja, und dann haben wir eben, wie gesagt, mit viel Siebdruckfarbe und Uhu-Spielplan und Schachtel irgendwo zusammengeklebt. Ja, und ich weiß, beim ersten Essener Jahr 1983 haben Kalle und ich eine Bananenkiste mit 15 Dodge City drinnen, also mit 15 fertigen Spielen, hingebracht. Das war in der Volkshochschule in Essen damals noch. Die hatten wir innerhalb von 20 Minuten verkauft gehabt und hatten dann, wie nachher nie mehr in Essen, die ganzen drei Tage oder vier Tage, weil ich glaube, drei Tage waren es am Anfang, Zeit zu spielen. Oh, wie praktisch. Also wunderbar. Das war sozusagen so der Beginn. Uiuiui. Uiuiui, eine Menge. Ich finde es ja spannend, dass der Name Hans im Glück halt so aus dem Nichts herauskam, weil die meisten versuchen sich ja dann irgendeinen Namen zu nehmen, wo das Wort Spiele drin ist oder Vergleichbares. Und dieses Hans im Glück dann so wirklich so auch so als innere Einstellung so, vielleicht wird es ja was und im Notfall. Also so ein bisschen Glück, das finde ich sehr, sehr charmant. Ja, das muss dazu sagen natürlich, damals zu Beginn hat sich keiner von uns beiden gedacht, dass das wirklich länger weitergehen wird. Man hat gedacht, na gut, dann machen wir mal was, wenn wir Lust und Laune haben und uns fällt was ein oder wie auch immer. Dann machen wir vielleicht eine zweite Sache, wie auch immer. Aber an mehr hat noch keiner gedacht. Insofern hat man auch vom Namen her jetzt nicht unbedingt irgendwie in die Zukunft geschaut, sondern wie du sagst, Lust und Laune. Und dann haben wir gedacht, ja, es macht Spaß. Es machen wir, beginnen wir mit gar nichts. Wir hatten ja auch natürlich wirklich nicht viel und haben halt ein paar Merkerchen. Damals war ja noch gute Merkerchenzeit oder Merkerchenzeit und haben wir da ein bisschen was reingesteckt für Sieb und Farbe und so weiter. Und dann schauen wir mal, was draus wird. So war das der Anfang. Und jetzt, wo das dort dann verkauft war, habt ihr dann nachproduziert oder hattet ihr dann keine Lust? Ja, doch. Also da gibt es auch noch eine nette kleine Geschichte. Wir hatten damals zu Beginn dann doch 150 Stück hergestellt, also in dieser Art und Weise, Uhu und Wäscheklammern und so. Und hatten damals pro Stück 30 Mark bezahlt. Und wir haben es für 29 das Stück verkauft. Das klingt nicht nach einem sinnvollen Geschäft. Nicht wirklich, irgendeiner hatte dann gesagt, sie hatten ihren Verlust sehr schnell realisiert von 150 Mark pro Spiel eine Mark. Und dann haben wir uns gesagt, naja, das ist ganz gut angekommen. Also jetzt machen wir noch ein paar und wir haben schon einen Produktionsvorsprung. Und auch das ist eine nette Kleinigkeit. Wir haben die Produktionskosten danach halbiert von 30 auf 15 Mark. Und das ist uns nachher nie mehr gelungen, Produktionskosten zu halbieren. Ja, das glaube ich. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen weiter gemacht. Ich weiß auch noch, ganz am Anfang war es sehr hilfreich, dass Michael Blumöhr von der Darmstädter Szene, wie hieß der schnell, Darmstädter? Darmstadt spielt ist das. Irgendwie so, ja das war aber, glaube ich, er hat ein Magazin gehabt, Darmstädter Bote oder, nee, wie hieß, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also er macht immer noch das AOU, das für öffentliche Ungehorsamkeit oder so. Ja, irgendwie, was weiß ich, wie es ist. Also wir hatten ihm damals ein Spiel geschickt und haben mir gedacht, ja, ich weiß gar nicht, wie wir ihn kannten. Damals gab es ja kein Internet und nichts. Und der hat in seiner Darmstädter Magazin, nenne ich es jetzt so, wie ja immer das hieß oder heißt, hat ja dann eine ganz enthusiastische Besprechung gemacht. Ja, es ist wunderbar, ein schönes Spiel und so. Das hat uns gefreut und hat vielleicht auch natürlich mit beigetragen, dass wir dann doch die wirklich ersten 150 schnell verkauft haben, also den ersten Verlust realisiert hatten. Und dann konnten wir dann, oder hatten dann halt noch einmal ein paar, ich weiß nicht wie viel, aber ich sage nochmal vielleicht 300 Stück, also ein bisschen mehr dann produziert. Ja, dann kam Klaus Vogt ins Gespräch, der hat damals das Spiel in Hamburg gehabt. Und Matthias Hadl, ja auch kein ganz Unbekannter in der Spieleszene, hat damals die Dependance von das Spiel in Berlin gehabt. Und wir hatten uns ja eben schon in Essen, beim ersten Essen in der Volkshochschule, bei den Essener Spielertagen in der Volkshochschule kennengelernt, also in Klaus Vogt und Matthias Hadl. Und ja, und dann hat der Klaus Vogt und die beiden für ihre Geschäfte das Spiel, jeweils in Hamburg und Berlin, hatten das dann ein paar Exemplare gekauft und so kam das ein bisschen dann unter die Leute. Ja, und angetrieben von diesem Erfolg dachte ich, das können wir nochmal machen. Ja, genau. Und dann haben wir natürlich in München eine Spielergruppe gehabt, eine Spielergruppe und interessanterweise in dem Institut, in dem ich arbeitete, das waren 28 Mitarbeiter und von allen Fakultäten und so weiter. Aber innerhalb von den ersten zehn Tagen haben sich vier Spieler gefunden, also Brettspieler. Ja, ja, gleich, der eine war eben Ingenieur oder Elektroingenieur und der andere, egal jetzt und so. Also es haben sie sehr schnell so eine Stimilegruppe gefunden und natürlich auch im privaten Umfeld und im Umfeld von Schachvereinen. Und unter anderem war da auch ein Mann namens Andreas Trieb, seines Zeichens Allgemeinmediziner, damals noch im Studium. Und der hatte, war also dann gleich dabei, und der hatte ein Spiel schon so irgendwo bis in der Schublade namens Tiere im Wald. Ja, und dann haben wir uns das angeschaut und haben gesagt, das ist ja eigentlich eine nette Geschichte. Versuchen wir mal das als zweite Spiel rauszubringen, Tiere im Wald. So haben wir es dann auch gemacht, ja, und das war dann unser zweites Spiel. Und wie kam das an? Ja, das kam schon auch nicht schlecht an, aber da waren wir sozusagen schon immer ganz neu. War schon ein bisschen, ja, es war okay, aber da wurde schon ein bisschen gemeckert. Aber noch immer sehr wohlwollend. Wir haben es ja dann später in Wildwechsel umbenannt. Und auch dann ein professioneller Grafiker, auch ein sehr bekannter in der Spieleszene namens Rudolf Ross. Der hat, und der ist ja beruflich Grafiker gewesen, ist ja leider schon lange tot. Und der hat es dann gezeichnet, diesen Wildwechsel. Zuerst hat man das auf so einen Kunststoffspielplan, den man dann immer abwaschen konnte, weil da hat man so die Spuren von vier verschiedenen Tieren eingezeichnet in dem Spiel. Also es kam schon gut an, aber es war nicht mehr ganz so enthusiastisch wie das Dodge City. Aber wir waren zufrieden. Und irgendwann hast du und Carla, habt ihr aufgehört, das zusammen zu machen? Ja, also da war schon noch was dazwischen. Ist richtig, als nächstes Spiel kam dann Greyhounds. Das war ja auch auf der Jury-Empfehlungsliste. Richtig, das war das erste Spiel, was auf der Empfehlungsliste, die ja damals noch ganz anders ausging, so zehn, elf, zwölf, keine Ahnung. Mehr Spiele auf der sogenannten Empfehlungsliste. Und daraus wurde eins dann zum Spiel des Jahres gekürt, auch eben Zeit später. Und Greyhounds, das war von mir als Autor, landete auf dieser Nominier- oder Auswahlliste, hieß es glaube ich damals, Auswahlliste zum Spiel des Jahres. Und das war natürlich eine tolle Geschichte. War aber auch noch immer im gleichen Verfahren, also Handsieb gedruckt. Wir hatten allerdings dann schon eine tolle technische Neuerung, nämlich wir haben uns eine, wie heißt das, eine Schnellklebepistole zugelegt, so als, dass wir nicht mehr mit Uhu und Wäscheklammern die Schachteln kleben mussten, sondern schon mit so einer Schnellheißklebepistole, also es war wunderbar, Produktionszeit hat sich nahezu auch halbiert. Und ja, so das war's. Das dritte Spiel und das vierte Spiel waren die Macher, auch ein sehr bekanntes Spiel, noch viel bekannter als die anderen, von Karl-Heinz Schmiedl. Und ein sehr komplexes Spiel und auch sehr aufwendig in der Herstellung natürlich. Auch noch mit den Mitteln, die wir hatten, also selbstgezeichnete Grafik, Siebdruckholz zugekauft, logischerweise, ja, und was man halt so benötigt hat. Und ja, die Macher waren dann das vierte Spiel und es war auch Bastien 86 zur Bundestagswahl. Ja, da war ein großer Erfolg, vor allem natürlich wirklich an der richtigen Frick-Gemeinde, in der Spielefrick-Gemeinde, die das also sehr begeistert aufgenommen haben, weil es ist ja wirklich ein wunderbares Spiel. Jetzt übrigens neu aufgelegt. Genau, von Spielwerks. Nach über 30 Jahren macht der Kalle das zusammen mit dem Uli Plennemann. Ja, und das war unser viertes Spiel. Und dann, wie du schon angedeutet hast, dann kam es zu einer Diskussion, wie machen wir es weiter. Ja, und da war das, wie gesagt, bei mir so, dass ich damals schon aufgehört habe oder aufhören musste mit meinem Job an der TU in München. Und, oder es war so, sagen wir mal so, ich musste mich entscheiden. Naja, ich hatte, wie schon gesagt, promovieren müssen, hatte keine Lust. Und da haben wir gedacht, aber auch nur, wie der damalige Professor gesagt, 20 Prozent Garantie für die Weiterbeschäftigung. Und da haben wir gedacht, das hast du mit dem Verlag auch. 20 Prozent Garantie, dass es was wird. Dann habe ich also den Verlag gemacht. Und Kalle wollte aber das eher weiter auf so Garagen-Werkstatt-Niveau machen. Und da haben wir gesagt, okay, das passt jetzt nicht mehr so zusammen. Ich wollte das dann wirklich mal versuchen, hauptberuflich, ob es was wird. Und dann haben wir gesagt, gut, dann trennen wir uns halt jetzt so verlagsmäßig. Ja, haben wir mal kurze Zeit, ein bisschen Funkstille, wie das so ist. Aber drei Monate danach war wieder alles Paletti und seitdem arbeiten wir zusammen. Kalle ist seit dieser Zeit als freier Mitarbeiter beim Hans im Glück Verlag tätig. Ja, hat er dann seinen eigenen Verlag gegründet, die Moskitospiele. Und so ging die Sache eigentlich im Grunde genommen so weiter. Ja gut, und ich habe halt dann versucht, das Ganze immer professioneller und professioneller zu gestalten. Ja. Wann kam der erste Mitarbeiter dazu? Ja, das war erst 1992 mit Volker Weitzel. Also 1991 war dann der Umbruch oder wie man das sagen will. Ja, da war das erste Spiel des Jahres drunter und drüber. Ja. Das war 1991 und das ist natürlich schon ein gewaltiger Schub. Dann kriegt man doch oder verdient man doch so viel. Als Verlag dann wurde, ich habe dann eine GmbH gegründet gleich und war also eine sinnvolle Geschichte. Und es war halt dann Geld vorhanden, um auch ein bisschen mehr zu machen. Ja, und durchaus auch Spiele, von denen man wusste, es ist nicht unbedingt ein kommerzieller Erfolg oder unsicher, ob es einer wird und so weiter. Und dann war natürlich auch die Frage, ja, so allein weiterzumachen oder nicht. Und dann kam 1992 Volker Weitzel. Der hat, soweit ich weiß, mich noch erinnern kann, vier Jahre bei Bernhard Tolle vorher im Marburger Archiv gearbeitet. Bernhard Tolle war ja langjähriger Vorsitzender der Jury-Spiel des Jahres und hat dort aus irgendeinem Grund aufgehört und hat dann angefragt, ob ich Mitarbeiter brauche. Er hat gesagt, wunderbare Idee und ist er nach München gekommen. Der hat ja damals auch in Marburg gewohnt und ist nach München gekommen. Und wir haben uns einen gemütlichen Abend zusammengesetzt, über alles Mögliche unterhalten, was den Verlag betrifft. Und so über alles, was man jetzt so spricht, wenn man sich denkt, das könnte was werden mit der Zusammenarbeit. Und so wurde es auch. Ja. Ja. Und ich stelle mir das auch schon zu damaligen Zeiten ziemlich schwer vor, so mit einem Spiel des Jahres, da kommt Arbeit auf einen zu. Weil da muss man ja in größeren Mengen denken, in größeren Mengen produzieren. Und vor allem der Vertrieb wird ja eine Herausforderung gewesen sein. Das ist genau der Punkt gewesen. H, genau. Naja, die Auflage war ja nicht klein. Die Startauflage von Spiel des Jahres. Ja, das war zunächst nicht klar, aber ich fange, wie du es richtig sagst, mit dem Vertrieb vorher an. Es war mir klar, den Vertrieb kann ich da unmöglich alleine schaukeln. Also auch zu zweit nicht, Volker war ja noch nicht da. Also das wäre unmöglich gewesen. Und wie das halt so ist, wenn man vielleicht gerade so als, naja, Garagenwerkstatt, was der Hans im Glück ja immer noch irgendwie ein bisschen war, sind einige auf der Matte gestanden, die gesagt haben, sie würden sich durchaus interessieren, dafür den Vertrieb zu machen. Wer auch immer jetzt das war, am Schluss waren zwei Berliner, die haben eine Company namens Fun Connection, kurz FUNCO. Und die hatten das erst kurz zuvor gegründet und hatten auch angefragt, ob sie den Vertrieb machen könnten von Tundun drüber. Spiel von Klaus Teuber, der vorher, gerade ein Jahr vorher mit Arl verpflichtet Spiel des Jahres hatte und schon zwei Jahre vorher mit Barbarossa, genau. Und ist eben 1991 mit Trundun drüber und war also schon durchaus ein sehr bekannter Name in der Szene. Na gut, ich habe mich dann mit der Bar unterhalten und letzten Endes kam es dann mit Völmi Schönfeld, so hießen die beiden, mit Frank Völmi und seinem Partner, kam es dann zur Zusammenarbeit. Die haben dann den Vertrieb gemacht. Ja und das war natürlich, wir hatten damals als Erstauflage 450.000 Stück, das ist natürlich eine wahnsinnige Menge, gegenüber den 500 bis höchstens einmal 3.000 Stück zuvor. Und da muss ein professioneller Vertrieb daher. Und das hatten die, keine Frage. Die hatten bis dahin als ihr Zugpferd, wie hieß das, mit den schwarz-weißen Kugeln? Abalone. Abalone, ja mein Gott, danke. Abalone hatten sie und das ist ja auch ein Spiel, das sehr gut angekommen ist und sich auch sehr gut verkauft hat. Ja und die haben dann den Vertrieb von Trundun drüber übernommen. Und damit euch ordentlich geholfen hat. Ja, ja, natürlich, klar. Also wie gesagt, alleine wäre es nicht möglich und ich war ja ganz alleine da. Also natürlich unterstützt von Spielegruppen und Testgruppen und da und der Kalio hat auch schon wieder durchaus mitgemacht und so. Aber halt im Verlag selber war ich alleine und das wäre nicht zu schaffen gewesen, keinerweise. Wie kam es, dass ihr ein Spiel von Klaus Teuber bekommen habt? Ich meine, auch der war ja damals gefühlt so ein kleiner Star. Ja, er hatte schon zweimal ein Spiel des Jahres gewonnen und dann landet halt ein Spiel bei euch und es wird ja dann auch wieder ein Spiel des Jahres. Wie hat sich das angefühlt zu sagen, oh, ich kriege hier ein Spiel von einem Großen? Naja, wir haben uns, kann ich gerne mal sagen, wo kennengelernt. Ja, und Klaus ist ja auch natürlich ein spielbegeisterter Mensch und hat viel gekannt und hat auch Spiele von uns gekannt von vorher und hat mich, ich kann es jetzt nicht sagen, in welcher Weise kontaktiert direkt, vermute ich vielleicht in Essen oder es verschwimmt alles ein bisschen die Erinnerung, wie es genau war. Ja, aber er meinte, er hat da ein Spiel, pardon, er hat da ein Spiel, damals, sie ist damals ganz anders, ich weiß es nicht wie jetzt, hat er da und er hat es schon in einem anderen, etwas größeren Verlag eingereicht, aber wieder zurückbekommen, warum auch immer. Ja, und hat dann gesagt, ob ich Lust hätte, nachdem wir uns so ein bisschen kennengelernt haben, ob ich Lust hätte, mir das mal anzuschauen, ja, und so hatte ich und ja, das war auch ganz, ganz interessant und auch amüsant. Wir machen ja eigentlich seit Beginn immer zusammen mit dem Autor, sagen wir mal, einen Schliff an der ganzen Sache, mehr mal weniger, wie es halt so ist und bringen eigene Ideen ein und alles, ja. Und es war ein schönes Spiel, aber war ganz klar, dass das nicht, da fehlt noch irgendwie so der letzte Pfiff bei der ganzen Geschichte. Und dann hatte ich mich hingesetzt und hatte eine bisschen Advanced-Regel dazu gemacht. Ich habe es dem Klaus geschickt, ja, und er hat sich das angeschaut und dann hat er gesagt, ja, also das ist gut, er möchte sehr gerne, wenn wir das machen, dass das reinkommt, aber jetzt hat er die Idee gehabt, die genau noch gefehlt hat und es waren diese sogenannten Klohäuschen. Das ist natürlich allein, wenn du jetzt lachst, jeder, der das hört und wenn der Verkäufer auch, das sagen wir sie gleich, dem Kunden sagt und der Witz bei der Geschichte ist, in die Klohäuschen, da lacht jeder, natürlich ist das schon mal eine positive Stimmung und alles, ja. Aber das natürlich nicht nur, das hat tatsächlich den, äh, spielerisch den Pfiff gebracht, ja. Dann habe ich wieder gesagt, ach, da brauchen wir meine Geschichte gar nicht reinnehmen, dieses Schmarrn, weil jetzt ist ja das eigentlich das, was gefehlt hat. Da hat der Klaus wieder gesagt, ach, das machen wir auch noch, egal, wir haben uns dann geeinigt und, äh, das war aber wirklich der, äh, Durchbruch, äh, von ihm, aber er hat dem vorher gesagt, die hatten, der andere Verlag hat lange gar nichts gemacht an der Sache dran und liegen, ja, wieso ist es halt, ja. Ja, ich meine, das ist, jeder macht das so wie, und, äh, ich glaube auch, weil er gesehen hat, dass wir, also wir meine ich jetzt, ähm, auch mit Spielerrunde, unsere Testrunden und so weiter, die ja damals schon da waren, äh, dass wir uns damit beschäftigen. Und das hat ihn dann auf die Idee gebracht, auch mit dem Ganzen, und da kam eben diese wunderbare Idee, ja, und da wurde es auch unbenannt, das, äh, vom vorigen Thema auf drunter und drüber, also, die Schildbürger. Ja, und bei den, warum, bei den Schildbürgern, da passen natürlich die Klohäuser absolut wunderbar dazu, ja. Ja, so war es und hat dann, äh, auch, äh, zu unserer aller Freude, also jetzt zunächst einmal vom Autor und von mir, äh, der Jury so gut gefallen, dass sie es zum Spiel des Jahres 1991 gemacht haben. Meinst du, ihr wart Vorreiter, was das Bearbeiten von Spielen angeht? Also ich meine, ich, ich weiß, also ich war natürlich in den 80ern und auch in den frühen 90ern war ich nur Spieler. Ich weiß nicht, wie die Verlage gearbeitet haben, ich meine, damals waren andere Verlage groß, von denen gibt's ganz viele nicht mehr, FX gibt's nicht mehr, äh, Ass gibt's in der Form nicht mehr. Das alte Schmidt, als es noch in München war, gibt's ja schon lange nicht mehr. Meinst du, ihr wart damit Vorreiter, sozusagen, wir, wir arbeiten an den Spielen? Also das ist natürlich immer schwer zu sagen, weil ich auch nicht wirklich in die, äh, Redaktionsstuben von den anderen Verlagen reinschauen konnte, äh, auch nicht reingeschaut habe. Natürlich unterhält man sich mit, äh, den Kollegen, das ist klar, aber was die wirklich gemacht haben, kann ich natürlich nicht sagen. Aber bei uns war das schon eigentlich noch ganz von der Tradition von Anfang an, äh, aus, wo wir aus dem Paten, äh, das Dodge City gemacht haben, durch Umarbeitung, Umarbeitung und das war auch dann nachher immer so weiter, also in der Zeit vor, äh, drunter und drüber, dem ersten Spiel des Jahres, äh, gewisse Tradition, dass wir das auseinandernehmen, das Spiel schauen, da probieren wir was anderes, ähm, das haben wir eigentlich bis heute, äh, machen wir das im Verlag. Ob das jetzt so eine Vorreiter, äh, Rolle war, kann ich jetzt natürlich, wie gesagt, nicht so sagen, aber Ja, das war eigentlich immer Programm und hat uns, äh, allen, die da mitmachen, Freude gemacht. Ja, und, äh, hat eigentlich auch gar keine schlechten Ergebnisse gebracht dann, ja. Ähm, ihr habt ja, ihr habt ja dann 94 mit Manhattan gleich den nächsten Preis gewonnen. Ja, ja, ja. Kam das überraschend? Äh, äh, was heißt überraschend? Also die Geschichte ist die, ich war, äh, bei der Toysphere in, äh, New York und, äh, hatte dort, äh, schon, glaube ich, ein Jahr davor, Sid Sexton kennengelernt, den bekannten amerikanischen Autor, auch schon leider schon viele Jahre tot und, äh, war bei ihm zu Hause in der Bronx übrigens, gell, aber in der weißen Bronx, wie er es also sagte, das ist, da war es überhaupt kein, kein gefährliches Terrain. Und, ähm, er hat dann, äh, ein Spiel gehabt, äh, das, äh, später unter New York, New York herausgekommen ist und, äh, das habe ich mitgenommen. Und dann hat, äh, und da sind wir natürlich wieder beim Umarbeiten und so und ich habe das damals, einen auch schon, damals einige Jahre bekannten Freund in der Szene und auch so, äh, nämlich, äh, in, äh, Andreas Seifert, äh, äh, den Leo, den Leo, genau, wie er von Freunden, äh, und seiner Frau genannt wird, äh, äh, dem Leo sagt, du, ich hab da ein Spiel, das handelt, äh, in Manhattan, also in New York, Manhattan darum, und, aber es ist krebst irgendwie da am Boden dahin und jeder Mensch, äh, äh, verbindet mit, mit, mit Händen, Hochhäuser ohne Ende und so ist nix, ja, und das, ja, und das, wir, an dem Spiel hat man einfach nur am Boden herum, dann sagt er, das passt ja wunderbar, ich hab da ein Spiel, äh, schon in der Schublade mit Wolkenkratzern, ja, da schauen wir uns das mal an, ja, ja, haben wir uns angeschaut, äh, haben wir rumgebastelt, äh, gut, äh, und dann hat, äh, äh, dann kam, also was raus, naja, dann haben wir gedacht, das schickste dem Sitz-Hexen rüber, und das damals, ja, wie gesagt, kann man sich heute gar nicht vorstellen, steinzeitmäßig, ja, Paket gepackt, nach Amerika geschickt, hat drei Wochen gedauert, bis das angekommen ist, äh, dann haben die drei Wochen oder vier Wochen gespielt, wieder zurückgeschickt, also nach so ungefähr zweieinhalb, drei Monaten war das Ding wieder da, mit einem netten Brief von Sitz-Hexen und sagt, ja, es hat ihm noch gut gefallen, aber er möchte doch lieber sein Original, äh, veröffentlichen. Na ja, haben wir gedacht, hm, so schade, 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 und, äh, haben sie in die Schublade gelegt, und, äh, das Ganze war mittlerweile, sagen wir mal so, Mitte August oder um den Dreh herum, weil die Neues-Feier ist ja Anfang Februar, äh, kurz nach der Nürnberger Spielbahnmesse, und, äh, irgendwann sagte dann der Leo, äh, es ist eigentlich schon, äh, ziemlich schade, um es einmal noch zurückhaltend auszudrücken, dass wir dieses Ding jetzt, äh, sausen lassen sollten. Dann habe ich gesagt, gut, aber wir müssen alles Sitz-Hexen raus aus dem Spiel, ja, ich, äh, wenn das, der Sitz, äh, will das so zu machen, er ist der Autor dieses Teils, das in dem Spiel nach wie vor drin war, und wenn wir das machen wollen, dann muss Sitz-Hexen sozusagen raus, ja, zum Beispiel war eine Geschichte dann die, äh, äh, von der ich weiß, dass die durchaus eine Rolle gespielt hat bei der Entscheidung der Jury, äh, dass das Spiel des Jahres wird, ähm, um den Standplatz in einer Stadt zu bestimmen, wo man sein Haus oder sein Stockwerk hinsetzt, ja, also kurz gesagt, wie das Spiel läuft auch immer, äh, hat man ganz konventionell, das waren ja neun Felder, also, äh, A, A, B, C, senkrecht, sage ich mal, und eins, zwei, drei, waagerecht, ja, und da hat man gesagt, A, drei stelle ich das hin, oder B, zwei, oder was auch immer, ja, und, äh, das war aber Sitz-Hexen, auch wenn es, das er nicht erfunden hat, weil das ist, äh, gesagt, da muss was anders hin, und dann kam, da, äh, dieses, äh, die Karten mit diesen neun Feldern, und da war ein Feld markiert, ja, das, da muss es hin, aber je nachdem, wie der Spieler, der eine hat es so gehalten zu sich, der andere hat es so gehalten, ja, zu sich, und dadurch war das für jeden Spieler, wo er es hingesetzt hat, und das war durchaus eine originelle, äh, Lösung, und war eben weg von Sitz-Hexen, ja, und ich habe dann damals durchaus von zwei Juroren erfahren, das, äh, war nicht ganz unwesentlich auch mitbeteiligt an der Entscheidung, jetzt, äh, ja, das, weil es sind ja immer, meistens natürlich, gibt es Spiele, die sind, da gibt es kein, äh, keine Konkurrenz innerhalb der Diskussion, der Jury nehme ich an, aber, äh, das war es sicher nicht, äh, da, aber das wurde dann Spiel des Jahres, ja, das Zweite. Ähm, Manhattan wurde letztes oder vorletztes Jahr neu aufgelegt, von den Koreanern, die da immer noch Interesse daran haben, was ja auch ein schönes Gefühl ist, dass so ein Spiel nach 25 Jahren immer noch gemocht wird. Ja, natürlich, ja. Und die haben das aber irgendwie grafisch natürlich nochmal ganz anders aufgelegt. Ja. Wie fühlt sich das an, so ein Spiel nach so viel langer Zeit nochmal in einem neuen Gewand zu sehen? Also, äh, ich hab's, muss ich ganz ehrlich gesagt, äh, vorgreifend, äh, was noch einmal kommen wird, ja, bin ja seit, hab's dann den Verlag jetzt an den Sohn übergeben, äh, das vorgreifend gesagt und hab da auch, äh, war nicht beteiligt an den Verhandlungen. Er hat nur gesagt, die haben Interesse und, äh, dann haben sie sich zusammengesetzt, die Koreaner und er und haben das eben ausgeditscht und der Autor, der Leo und die Karin, seine Frau, äh, die sind jetzt natürlich beteiligt an dieser Neuproduktion, ja. Und, ähm, ich muss gestehen, das ist es, was ich auch weiß darüber, viel mehr weiß ich nicht. Und ja, natürlich, das ist halt jetzt irgendwie grafisch vielleicht so gelöst, wie die, wie deren Geschmack, äh, das ist, äh, ja. Aber viel mehr kann ich jetzt, äh, äh, leider nicht dazu sagen. Das verstehe ich, das verstehe ich. Ähm, du hattest jetzt erzählt, dass das, ähm, Greyhounds, das war von dir? Ja. Du hast ja noch einige Spiele gemacht und du hast ganz oft nicht deinen Namen auf die Schachtel gepackt. Ja, also es ist so viel wahnsinnig, aber, äh, war noch das eine oder andere und, äh, das war ein bisschen so, dass ich mir gedacht habe, naja, das ist ein bisschen blöd, wenn jetzt so, äh, es sind mir keine Garagenwerkstatt mehr, also wie dann, was weiß ich, äh, äh, Stone Age, äh, ja, oder auch Pantheon oder so, da sind mir, ja, also jetzt, äh, ist es vielleicht ein bisschen komisch, wenn jetzt der Verlagsinhaber, äh, das Spiel selber, weil wir keine Garagenwerkstatt mehr sind und es war ja auch nicht so ganz so wie jetzt, wo, ja, tausend Verlage da sind und auch immer wieder neu kommen, ne, und dann haben wir uns mal zu dritt mit zwei, äh, sehr guten Geschäftspartnern, zumindest zur damaligen Zeit, bei einem immer noch, zusammengesetzt, äh, und haben gesagt, äh, okay, so, die haben mir die Spiele genommen und das war Michael Brunschmer von 999 Games, der Holländer, ja, sehr guter Freund, ja, und, äh, Jay Tummelsson, äh, da ging's, die Geschäftsbeziehung leider zwischenauseinander, aber wir waren, ja, Rio Grande Games, genau, naja, und dann haben wir aus, äh, Michael, Michael, äh, und, äh, Tummelsson, äh, Jay Tummelsson und Brunhofer haben wir, äh, Michael Tummelhofer gemacht, äh, haben wir, äh, gutes Bier getrunken, angestoßen, viel gelacht und so war das dann, ja, da war natürlich, sehr bald ist die Szene dahinter gekommen, ja, wer dahinter steckt, ist ganz klar, und, aber gut, dann habe ich da diese, soweit ich weiß, diese beiden Spiele unter dem Namen, äh, Petersburg, bitte? Ach, Petersburg, natürlich, Petersburg, klar, ja, ja, das ist ja eigentlich in der Szene das fast das bekannteste, ja, 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 Petersburg, äh, auch noch, ja, natürlich, ja, ja, klar, erst die Neuauflage mit der Erweiterung, wo Kalle, äh, die Erweiterung gemacht hat, äh, von dieser, ja, über, über, äh, Spieleschmiede, da, ja, also, hat Kickstarter-Geschichte, die da war, da haben wir dann, glaube ich, unsere beiden richtigen Namen natürlich, der Kalle hat immer seinen richtigen Namen verwendet, klar, ja, so war das, also jetzt mehr so eine Laune heraus, aber nicht, ja. Aber nach dem ersten Spiel, als es allen klar war, das bist du, hast du dann trotzdem gesagt, ich behalte jetzt den Namen. Ja, jetzt behalte ich den nochmal weiter, und dann irgendwann, wie gesagt, bei der Zweitauflage davon, und ich glaube, jetzt bei Stone Age, dieser Neuauflage, ist auch der richtige Name drauf, ja, ich glaube, diese, kam ja diese 10 Jahre, äh, mit dem Winterplan, ja, was sich ja, Gott sei Dank sehr, sehr gut ankommt, das ist nach wie vor der Stone Age, ja, und, ähm, da ist jetzt der richtige Name oben. Hattet ihr je ein Ziel, in welche Richtung eure Spiele gehen sollen? Ich meine, ihr seid ja sehr bekannt für Spiele wie Stone Age und wie, äh, jetzt auch Russian Railroads und Marco Polo, so die modernen Leute, ja. Man hat immer das Gefühl, Leute erwarten von euch eigentlich diese coolen Kenner- bis Experten-Spiele, ja. Wobei euer größter Erfolg ja Carcassonne ist, ähm, aber hattet ihr je irgendwie so ein Ziel gehabt, gesagt, so, das ist eigentlich die Art Spiele, die wir machen wollen? Das ist ein interessanter, wichtiger Punkt, der uns auch momentan ein bisschen beschäftigt und vielleicht auch ein bisschen zu schaffen macht. Ähm, es hat sich so ergeben, äh, dass, ähm, da eher die anspruchsvolleren Spiele da waren oder auch bekannt wurden, ja, und, äh, auch Anfang dann danach der 90er Jahre mit Modern Art, also jetzt nichts, äh, aber doch schon kein ganz Einfaches, äh, und, äh, so weiter, und waren da ja etliche, äh, dann vom, äh, von Rainer Knizia, Äuphrat und Tigris, nach dem El Grande, und auch El Grande war ja sicher eines der, kommen wir vielleicht noch drauf, eines der anspruchsvollsten Spiele des Jahres, äh, in, ja, lange bevor es Kennerspiel gab, ähm, ähm, ja, wir hatten sehr schnell das Image, ja, drum war zum Beispiel, äh, hat uns, äh, dann, äh, auch, äh, wieder vorgreifend, du hast es ja erwähnt, äh, wie uns, äh, Klaus-Jürgen Wrede, den ich damals nicht kannte, äh, noch zwei Spiele, hat uns zwei Spiele geschickt und unter anderem Carcassonne und eins, muss gestehen, äh, zu meiner Schande den Namen kann ich mir erinnern, und das war ein relativ komplexeres Spiel, ja, ja, und er hat sich dann sehr gewundert, dass wir uns für das, äh, äh, Carcassonne interessiert haben und nicht fürs andere, aber zwischen, äh, den, diesen Image nach außen hin und dem, wenn man so will, dann das Programm, was ich, äh, dann sage, ich war ja auch noch fast alleine war, ähm, oder was wir, damals waren wir dann zu, damals zu dritt bei Carcassonne, äh, war schon immer eine gewisse Diskrepanz, ja, also Image war sehr, äh, friegespielig, äh, und wir hatten andere auch gemacht, äh, und natürlich war Carcassonne absoluter Glücksgriff, auch wie es dann am Schluss entstand, auch das war ja Gemeinschaftsarbeit, natürlich, zwischen Auto und uns, ja, und, äh, das war natürlich ein Glücksgriff und dass wir das und nichts anderes, äh, gemacht haben, aber das Image ist da und es ist auch, auch gerade vielleicht auch in letzter Zeit ein bisschen so, dass Neuheiten bei uns, äh, bei Neuheiten immer angenommen wird, das muss ja ein Freak-Spiel sein und dann ist, sind, sind vielleicht doch einige enttäuscht, dass es das nicht ist, ja, es ist oft, wenn man so mit bestimmten Erwartungen rangeht, dann, und die werden in dieser Weise nicht erfüllt, dann ist man eh enttäuscht, das ist, ja, äh, ich frage mich also, weil, äh, eins von den Spielen, das ihr zum Beispiel gemacht habt, das habt ihr ja zusammen gemacht mit der, ich glaube, Bayerischen Landesregierung oder Forstwirtschaft, das Waldmeister, ja, das war ja damals, sag ich jetzt mal, vorgreifend modern als kooperatives Spiel, ja, ja, wie kam es denn dazu? Das war, äh, ganz einfach so, das ist ja auch vom Leo Seifert, äh, das Spiel und, äh, das hat er, ähm, er hatte da eben diese Spielidee und er hat gesagt, äh, er hat da irgendwann, sagen wir, der ist ja, äh, der ist ja Beamter, äh, im, 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 zwar nicht im Forst, in der Forstwirtschaft oder so wie, aber hat da wohl, äh, Connections gehabt und hat gesagt, die wären interessiert daran, aus welchem Grund genau auch immer, da ein paar tausend Exemplare zu machen. Naja, haben gesagt, gut, wunderbar, warum nicht? Wenn die auch nichts dagegen haben, dass wir ein paar tausend mehr machen natürlich und den freien Handel bringen, äh, dann ist, äh, und die geben uns eine Garantie, damit haben wir praktisch schon gut die Produktionskosten drinnen und, äh, das ist ja keine schlechte Sache, ja, und so ging es dann auch, also das war damals der Weg, äh, vom, äh, Waldmeister zu, äh, zu, äh, zu, äh, also von der Idee zur Realisierung über diese Connection von Leo zum Kollegen, ich weiß gar nicht genau, woher sie die kannten. Und so haben wir das gemacht. Ihr hattet ja dann auch, ähm, ich sag mal, nochmal etwas mit denen gemacht, nämlich es gab ja auch eine Carcassonne-Version über Stock und Stein. Ja, auch, aber da muss ich auch schon leider schon wieder passen. Das war nach deiner Zeit. Ja, ich glaube, da, ob, wie weit die da involviert waren, kann ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht sagen. Das ist gar kein Problem, das ist, das, 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 da wollen wir dann auch nicht vertiefen. Ja. Ähm, aber ihr habt ja dann auch irgendwie, äh, zumindest so, man hat das Gefühl gehabt, so, ihr probiert dann einfach noch neue Sachen aus. Ihr hattet dann eine, ich sag jetzt mal gefühlt, eine Untermarke gemacht, Hans im Glück Junior. Ja. Da gab es genau ein Spiel mit diesem schönen Logo, äh, das, äh, Kilimandscharo, vom Rainer Knizia, ja. Ich fand das Spiel, jetzt sag ich jetzt mal, okay. Ja. Ähm, da, wie habt ihr, wie habt ihr auf MFD gehabt, so, ach, lass uns doch noch Kinderspiele machen. Na ja, also, du sagst es jetzt wirklich so schön, also, das ist, äh, wahrscheinlich nicht nur jetzt bei dir, sondern bei vielen so, jenseits so einer Erwartung angekommen, ja, was jetzt als Hans sagt, was tut, Hans im Glück steht da. Ja. Äh, und es war tatsächlich im doppelten Sinn ein Fehlgriff, wenn man so will, ja. Es war aus dem, äh, was uns der Rainer da gegeben hat, und wir haben damals sehr viel mit dem Rainer zusammengearbeitet, auch sehr persönlich, wir haben uns da schon lange gekannt und, äh, gut gekannt, äh, und, ähm, na ja, da haben wir gesagt, äh, okay, das ist jetzt nun mal, äh, so eine Art Kinderspiel, wir wollen es jetzt nicht mit Gewalt, äh, zurecht biegen, zu einem, äh, äh, anderen Spiel oder so, das lassen wir so, und weil wir aber gesehen haben, es ist natürlich jetzt doch, ähm, ja, eher für, für Jüngere oder, oder, äh, das klingt immer alles ein bisschen blöd, aber so wollen wir jetzt, nennen wir es Junior. Ja, und dann standen alle da, ich weiß noch, damals in Göttingen, äh, da haben auch sehr viele gefragt, ja, was ist denn jetzt los mit euch, was macht sie jetzt da, wollt sie da, was weiß ich, äh, wen wir immer haben oder sonst will Konkurrenz machen oder so, gell, um Gottes Willen, äh, und, aber vor allem der doppelte Schwachsinn war darin, wenn man so will, dass wir hatten ja auch überhaupt keinen Namen in der Kinder- oder Junior-Spiel-Szene, Geschweiden-Vertrieb oder sowas, ja, das war ja, äh, also wirklich war einfach, äh, sagen wir mal, mehr, äh, Schnapsidee und, äh, Baron, aber wir haben es halt probiert und das war es dann, ja, bis auf jetzt das Stonets Junior, dann, äh, das Carcassonne-Junior gab es auch noch, ja? Ja, richtig, es gab es auch noch, da hatten wir leider, äh, ähm, Probleme, die Grafik war nicht perfekt, äh, die Grafik war nicht perfekt, ja, dadurch war das, äh, das, äh, das, äh, das, äh, das war einmal in Sand gesetzt, diese Grafik und, äh, das ist auch ein Lehrbeispiel gewesen, dass das, äh, dann sehr schwer aufzuholen ist, ja, wenn es einmal sozusagen, äh, 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 im Eimer ist, dann, äh, ja, das wieder anzukurbeln und so weiter, weil, selbst wenn so ein Namen davor steht wie Carcassonne, äh, war halt sehr schwer oder ist sehr schwer, ja, und dann haben wir es auch gelassen, ja. Und, also ich meine, trotzdem habt ihr dann mit Stonets Junior dann den Kinderspiel des Jahres gewonnen, ja, und wo, wo man sagt, was ist das für eine Welt, in der, äh, Hans im Glück, die eigentlich eher für das andere Ende vom Spektrum steht, den Kinderspielpreis gewinnt. Ich meine, unabhängig davon, dass ich mir sicher bin, dass ihr euch total super gefreut habt, weil das natürlich auch ein total großer Preis ist und, ähm, es euch natürlich die Möglichkeit näher bringt, alle drei verschiedenen Pöppel mal zu gewinnen. Ähm, finde ich es auch spannend an der Stelle, dass, äh, ihr es dann, aber auf der anderen Seite auch noch nicht geschafft habt, den Kennerspiel zu gewinnen. Das ist natürlich auch eine Frage. Also, vorweg gleich, wir hätten nichts dagegen. Es gab ein Jahr, da wart ihr gleich zweimal zusammen nominiert, mit Brügge und Paläste von Carrara. Ja, aber das ist nicht das einzige Mal, wir waren auch mit, äh, Finca und mit Dominion zwei auf der Nominierungsliste. Ja, aber da hat ja Dominion wenigstens gewonnen. Ja, ja, so gesehen schon. Ja, gut, damals bei, äh, Paläste von Carrara und bei, äh, Brügge war, was war da das? Andor hat gewonnen. Ja, das war schon ziemlich klar. Das war eigentlich so, naja, man hat gesagt, das braucht halt noch zwei dazu, damit die Form gewahrt ist, aber es war schon ziemlich klar. Wie es natürlich auch klar war beim Carcassonne, ja, dass das, äh, äh, ja, ich, da gibt's ja auch, ja, 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 Geschichten gibt's natürlich viele, hundert, äh, für, für, alles, aber, äh, 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 ja, wie soll ich's? Anders gesagt, ich hab irgendwo, oder irgendwo wurde gesagt, das sag ich mal so heraus, dass Stone Age, äh, für die Jury sowas wie der, äh, Auslöser war uns die Marke Kennerspiel des Jahres zu gründen, ins Leben zu rufen. Hab ich gehört, aber Latrinengerüchte gibt's viele, ob das wahr ist oder nicht, kann ich nicht sagen, weil ich, äh, in der, äh, die Jury natürlich nicht reinschauen kann, aber man sagt, oder, ja, ist ein bisschen mehr als ein reines Latrinengerücht, glaube ich, äh, aber egal wie, äh, äh, es war ein bisschen zu viel vielleicht für den damals roten Pöppel, äh, obwohl es damals ja noch ein bisschen anders war, weil es ja nur den einen gab. Ja. Okay, und danach, ähm, ja, wie auch immer, also wir haben schon gedacht, wir tun das Unsere, aber es war halt nicht, ja, warum auch immer. Interessanterweise meine Gerüchte sagen, dass halt Dominion auch der Ausschlaggebende war, weil es hat zwar gewonnen, aber es hatte dann, sag ich jetzt mal, seine Probleme im Handel, weil es dann für die meisten Leute doch so ein Schnitt zu viel war? Naja, Dominion, was ich, äh, so mich erinnere, und, 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 äh, hat sich natürlich schon, äh, äh, gut verkauft, aber es war so ein spielig, äh, äh, vergleichs in anderer Hinsicht ein bisschen wie, äh, Magic damals, nicht vom Spiel selber her, obwohl es natürlich auch vom Spiel selber, es ist ja Magic-Variante, wenn man so will, oder auch eine Magic-Bissau. ist ja eine Magic-Variante, ja, äh, äh, aber halt in umgekehrter Hinsicht, man hat nicht am Anfang seinen, äh, gepackten Stapel und spielt den ab, sondern man schafft sich seinen Kartenstapel beim Dominion, äh, aber es hat eine eiserne Fangemeinde, und das war bei Magic ja auch, ich hab fünf Jahre lang Magic gespielt, und zwar wirklich, äh, Minimum einmal in der Woche, äh, den ganzen Abend, äh, wie war, äh, damals mit besagten Andreas Trieb, Tiere im Wald, äh, noch Erinnerung, und, äh, mit ihm, äh, habe ich einmal in der Woche, äh, Magic gespielt, äh, und wir waren auf vielen Turnieren, äh, ja, und das war ja auch Millionen Spiel Magic, und wir haben, äh, sagen wir mal, 70 Prozent aller Teilnehmer, egal, äh, wir waren jetzt weltweit, aber in Deutschland herum, in Österreich, äh, Turniere waren immer die gleichen Menschen, die gleichen Spieler, die Magic gespielt haben, also, das war eine, die haben ungemeine Fangemeinde, und die haben auch sehr, sehr viel gekauft, viel mehr als sonst, man kauft ein Spiel, oder auch ein zweites, aber Magic natürlich mit diesen Summle-Packs und so weiter, und Dominion ist natürlich auch ein bisschen in der Richtung, also, es waren ja auch einige, äh, Erweiterungen, und, äh, Nachfolgespieler oder Schwesternspieler, wie wir das so gern genannt haben, auch bei Carcassonne, äh, und das, die haben eine Fangemeinde, eine große Fangemeinde, und die haben sich sehr viel gekauft, aber es ist nicht so breit geworden, natürlich über das Spiel des Jahres zunächst einmal gibt's ja immer einen Push, ist klar, aber, äh, das waren dann, viele davon waren, glaube ich, nicht, ohne dass das genau nachverfolgen konnte, dass die Nachfolgekäufer, aber es hat diesen, es war ein sehr breiter, ähm, eher ein Fan-Club, unter Anführungszeichen, also Fangemeinde, äh, ja, kannst ja, wie gesagt, vergleich's gerne mit Magic, äh, die sehr, sehr viel gekauft hat, aber nicht so breit war. Ja, und das ist ja leider auseinandergegangen, dann, äh, aus bestimmten Gründen, äh, jetzt, äh, mit Rio Grande Games, aber es war, also, auch unser Vertrieb, den wir ja schon sehr, sehr lange haben, seit 1994 mit den Schmidtspielen hatten, weil jetzt haben wir ja gewechselt, Anfang dieses Jahres, den Vertrieb zu Asmodee, ähm, die haben, eigentlich waren ganz zufrieden mit dem Verfolg von, äh, Dominion. Kommen wir zurück zu einem anderen Spiel des Jahres, weil ich merke richtig, wie oft ihr eigentlich genau auf der Wellenlänge der Jury wart, was du schon auch erwähnt hattest, das El Grande, das war ja, also, da gewinnt ihr 1994 mit Manhattan, dann kommt dieser, ich sag jetzt mal, dieser Eckstein der Brettspielgeschichte Katan. Ja. Und dann, gleich im Anschluss, kommt ihr wieder mit El Grande. Ja. War es schwierig, neben Katan, 96, dann irgendwie trotzdem zu bestehen? Naja, das ist, ähm, 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 also, fangen wir mal vielleicht, äh, von vorne an, äh, El Grande hat sicher, äh, auch ein bisschen profitiert, äh, vom, äh, Volk von, äh, Katan, und zwar vor allem in der Hinsicht, dass es eben damals, äh, plötzlich so wurde, dass ein relativ anspruchsvolles oder anspruchsvolleres, äh, Spiel als die Vorgänger, Spiel des Jahres wurde. Und El Grande ist ja auch, ähm, heute wird man, also, auf jeden Fall ein Kennerspiel, ist ja klar, und, ja, Minimum ein Kennerspiel, ja, und so, aber das war eben, äh, 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 die Siedler, und, äh, ja, und, äh, da haben wir ein gehaltvolles Spiel bei den Siedlern und da passt El Grande auch, äh, als gehaltvoller Nachfolger, unter Anführungszeichen, aber nur von der, eben von, äh, gewissen Komplexität des Spiels her und so weiter passt dazu. Von daher war, äh, das durchaus gut, äh, getimt und platziert, wobei wir natürlich schon vorher angefangen haben, mit, äh, äh, mit dem, äh, mit dem, na, äh, mit dem Autor, glaubst du das, mit dem, das war der Kramer, mit, ja, das ist das, weil ihr es hier da, mit dem Wolfgang, ja, haben wir damals schon, äh, 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 einiges vorab schon, was nichts geworden ist, und wir lange hingepastelt hatten. Und dann, äh, äh, wurde es eben, und das haben wir dann auch so hin, war ja auch, ja, das war zuerst ein, 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 äh, äh, militärisches Thema beim El Grande, ja, und, äh, so eine Art Rundlauf gehabt, ja, natürlich auch das war wie viele Gemeinschaftsarbeit, und auch da gibt es viele, äh, nette Geschichten da, dabei. Und dann haben wir uns geeinigt auf die Stuttgarter Version, wir hatten eine Münchner Version, die später nachher unter der Nachfolge der König und Intrigant, äh, als, als Erweiterung, oder, ja, Erweiterung, äh, rausgekommen ist, aber, äh, der Wolfgang hat, äh, ganz klar gesagt, und ich habe mich, äh, trotz dann Unstimmigkeiten in der Testgruppe in München sofort übereingestimmt, äh, das ist die Version, die die Chancen hat, äh, mehr zu werden, als jetzt nur ein sehr gutes Spiel, ja, nämlich ein Spiel des Jahres eventuell. Und das war es auch in dieser Version, und, ja, und dann wurde es Spiel, und das hat sich sehr gut verkauft, also es war, äh, natürlich ist es alles, äh, Lichtjahre weg von einem Katan oder auch vom Kakason und so, ist ja klar, äh, aber, äh, für ein Spiel des Jahres, ja, es, äh, es war, weiß es nicht, aber es war, äh. Es ist spannend, dass du sagst, es gab, es gab halt die Stuttgarter und die Münchner Version, ja. Das König und Intrigant, das hat ja die beiden Kartendexts kombiniert. Ja, ja. Das habt ihr dann halt als Erweiterung rausgebracht. Und ihr habt dann tatsächlich für diese Erweiterung eine Erweiterung rausgebracht. Ja. Das, das würde ich mal behaupten wollen, war damals ein Novum in der Spielegeschichte. Was hat euch auf diese Idee getrieben? Meinst du da aber nicht das, äh, äh. Die Player-Cards, also ihr hattet so eine kleine Erweiterung, weil sie nicht, das waren so 20 Karten oder so. Ja, richtig, ja, ja. Aber ich, da wirst du jetzt gleich, hoffentlich nicht zu ernüchternd schauen. Ja, mach's okay. Weißt du, was der Grund war? Ihr hattet Platz auf dem Bogen. Dass wir Platz auf dem Bogen haben. Ja. Ich bin nicht überrascht, nein. Es war schlicht und einfach, wir hätten das wegschmeißen müssen und das wäre ja einmal schade gewesen, weil der Bogen hat nun mal so und so viele Karten. Beim König und Intrigant waren so und so viele Karten sinnvoll oder sind uns eingefallen, wie ja immer, ja. Und da war Platz für weitere Karten und haben gesagt, was soll man das wegschmeißen? Dann machen wir welche und die machen wir so als Zusatz. Da haben wir ein schönes Geschenk, kommt ja immer gut an und das kostet nichts dazu, außer natürlich ein bisschen Grafik und Druck. Ja, der Druck ist wurscht. Das ist egal, ob der Bogen weiß bleibt, das letzte Viertel oder ob da was draufgedruckt ist. Das kostet keinen Cent Farbe mehr oder weniger, aber man muss sie halt dann, wir haben die damals noch viel selber zusammensortiert da, weil das war ja eine ziemliche Menge von Karten und naja, aber das war der Grund. Das ist, ich kann das so nachvollziehen. Aber wenn wir jetzt von kleinen Erweiterungen reden, ich mache mal einen Sprung wieder zu Carcassonne. Ja. Ihr hattet dort im Jahr, nachdem es dann gewonnen hatte in Essen, die Erweiterung verteilt der Fluss. Mhm. Und ich weiß noch, das hat eine ganz schöne Welle gemacht, damals in der Spielbox-Webseite-Forum. Ja, das ist gut, war ja auch nicht schlecht, wenn es Wellen schlägt, der Fluss überhaupt, wenn er Wellen schlägt. Oh ja, okay, das Wortspiel habe ich jetzt auch hier gekriegt. Also, das war geschaffen von Rudi Ross, von diesem Rudi Ross, von dem er vorher gesprochen hat, also ein Auto vom PS, Ende der 80er Jahre. Und ich weiß nicht, ob mir der Name schon gefallen ist, er war ein guter Freund und Spiele-Auto, ganz früher noch bei FX-Spielen hat er viel gemacht und selber Spiele und so weiter. Egal, der war also der Grafiker und der hat begeistert mit seiner Frau Carcassonne gespielt, immer zu zweit, jeden Abend zwei, drei Partien. Dann haben die ihm eine Wochenabrechnung gemacht, sozusagen, wer hat gewonnen die Woche und dann wieder neu. Und dann hat der mal, weil er eben ja so affin war zu eigenen Spielen auch und hat dann den Fluss gemacht, gesagt, das ist vielleicht, den legen wir am Anfang aus oder wie ja immer, das haben wir dann so. Also, anstatt, dass wir mit den Startblättchen beginnen, beginnt man mit Fluss und da kann man wegbauen. Okay, gut, es ist, glaube ich, damals, wo es dann ein bisschen noch anders rein ist, aber so war dann die Geschichte. Na ja, haben wir gesagt, gut, warum nicht? Und dann, ja, anteilsmäßig kriegt er auch natürlich was davon und hat auch nach seinem Tod noch, haben wir dann noch eine Zeit lang, wie er veröffentlicht, noch drinnen war, seiner Witwe, die Tant Jemann überwiesen. Ja, gibt es auch eine nette Geschichte dazu. Ihr habt das halt damals verteilt und ich weiß, die Leute waren ziemlich sauer, weil sie keins abbekommen haben. Ja, ja, das ist natürlich immer so, ja, natürlich, wenn es du mal hast, da gab es dann, glaube ich, wurde mir erzählt, das wurde dann irgendwie in die Menge geworfen, also da waren ja unschöne Geschichten auch. Ich habe das am Rande so mitbekommen und weil wir da zu wenig hatten, zunächst einmal war es ja einfach nur so dazu gedruckt und dann haben wir es ja zum Teil auch in Auflagen reingenommen, ja, direkt als Druckbogen, als Stanzlinge da und Plättchen. Aber das war da nicht so schön, ja, ja, das stimmt und darum haben wir auch, glaube ich, dass das der Anlass war. Ich meine, das sind alles so Erinnerungen da im Detail, weiß ich da natürlich nicht alles so mehr so ganz genau, aber das war auch mit ein Grund, dass wir es dann zum Teil in einen kleinen Teil der Auflage reingenommen haben und, naja, das war so, war dumm, da waren uns ziemlich viele sauer. Auf der anderen Seite war damals ja schon Ebay sehr groß, das haben wir einige gut eingesackt und dann für 40 Euro oder Mark damals, na, Euro waren schon, na, klar. Das war schon Euro, ja. Ja, 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 für 40 Euro über Ebay verscherbelt, ja, haben wir natürlich auch nichts gesagt, naja, was soll man sagen, ja, da waren viele sauer. Aber, ja, aber kurze Geschichte noch, wenn Zeit ist, ja, ja, also wir hatten damals eine, eine, waren viele, gerade Karkason natürlich, es ist, was weiß ich, in 5, 6, 7, 8, 20 Sprachen übersetzt mittlerweile und es ging, und auch in Islandisch, ja, es ist, na, Island ist jetzt nicht so ein Riesenland und schon nicht so klein, aber nicht so wahnsinnig viele Einwohner, damals, glaube ich, waren es 270.000 oder sowas und die hatten ein eigenes Karkason gemacht, machen wollen, ja, und ich habe mich mit den zwei Verlagsmännern da, waren es zwei Männer, haben uns zusammengesetzt, ja, passt und so weiter. Na gut, und dann, wie das ist, die haben natürlich von der englischen Regel auf isländisch übersetzt, von einer englischen, ist ja ganz klar. Ja, und die haben uns dann die isländische Rückseite zum Checken geschickt, haben wir gesagt, das ist nett von euch Jungs, aber dummerweise spricht bei uns im Verlag niemand so wirklich gut isländisch, also können wir das nicht machen. Okay, gut, ja, haben sie es halt so gemacht. Das Spiel war ja offensichtlich rausgekommen in Island, kommt eine Woche, da ein empörter Anruf von den beiden Wikinger, wir haben sie immer Wikinger genannt, islandmäßig, und haben ein bisschen ausgeschaut, rote Bärte und so, kommt ein Anruf, sagt, das ist ja das Letzte, da steht, da haben wir hingeschrieben, auf der Rückseite, dass da der Fluss drinnen ist, und jetzt kommt es zum Thema Fluss. Ja, das ist jetzt die Kurve, und es ist gar keiner da drinnen, es ist in der Produktion kein Fluss drinnen, was soll man jetzt machen? Ja, haben die das abgeschrieben von einem, von damals vom Jay, also von Rio Grande Games, von einer, wo der Fluss drinnen war, das wussten die nicht, wir wussten es nicht, und es war kein Bild hinten, und wir haben gesagt, keine Ahnung, und da stand hinten drin, dass der Fluss drinnen ist, und dann kaufen die Rennen, es war kein Fluss drinnen, ja, also, dann haben wir gesagt, das tut uns leid, aber da müsst ihr schon, dann nächstes Mal unser, irgendwie ein bisschen näher, weil, was soll man mit isländisch gegenchecken, ja, also Schmarrn und so, naja, wir haben uns geeinigt, wir haben dann das nachproduzieren lassen für die, und haben den Produktionspreis verlangt, natürlich, und nicht mehr, und sogar ein bisschen darunter, und dann ging das schon, weil das waren 3.000, 4.000 Exemplare, oder 5.000, für Island war es gar nicht so wenig, ja, richtig, also, so, nette kleine Geschichten gibt es halt rundherum, ja. Das ist jetzt natürlich wieder so ein Sammlerobjekt für den Christian Hildenbrand, der müsste jetzt hoffentlich auch eine isländische Ausgabe von Carcassonne dann in seiner Sammlung vermissen, und dann hat er ja das, was er dann versucht hat, nachzukriegen. Kommen wir zum nächsten Novum, also, das fühlte sich halt wie Novum an, wir sprechen nochmal über die Paläste von Carrara. Ja. Da hattet ihr ja die Idee, einen Teil der Regeln in einem Umschlag zu verstecken, so, so wie eine Erweiterung, so. Ich meine, heutzutage mit den ganzen Legacy spielen Leute so, ja, das ist ein Erlebnis, ich mache was auf. Ja. Das hat damals scheinbar nicht funktioniert. Das hat nicht richtig funktioniert, ja. Ja, ich glaube, das war die Idee von Moritz, von meinem Sohn, der, ja, 2008 begonnen hat im Verlag, und, ja, das war schon eine gute Idee, aber das ganze Spiel hat, ist nicht so gut angekommen, wie wir uns das natürlich auch oft hatten. Ist ja klar, man erhofft sich von jedem Spiel, dass es gut ankommt. Ob das jetzt eine entscheidende Rolle gespielt hat oder nicht, kann ich natürlich auch nicht sagen. So ein bisschen rückblickend sage ich, vielleicht war ein bisschen ein Fehler vom Spiel selbst, dass es sehr, sehr streng ist. Also das ist, wenn einer mal irgendwas da, ich muss mich relativ undeutlich erinnern, was gemacht hat, also gebildet hat, hat der Nächste. Der Nächste, der fast genauso dran war, sozusagen vollkommen ins Leere gegriffen und nichts mehr davon gehabt. Das hat bei vielen ein Frusterlebnis. Vielleicht hat es rüber geschwappt auf das Ganze so, ich kann es nicht sagen. Wir haben es dann auch nicht so weiter verfolgt, das ist schwierig, ja. Man kann so eine Umfrage machen, was ist eigentlich, weil der eine sagt, aus dem Grund gefällt es mir nicht so oder anderen. Aber es hat, wie du sagst, es hat nicht so richtig gegriffen. Also der Eindruck war ja, ihr habt das halt in diesen Umschlag getan. Ja. So fragt ihr im Motto, ihr habt ein Spiel, das ihr kennenlernen könnt, das wunderbar funktioniert und dann nehmt den Umschlag rein und dann habt ihr halt mehr Regeln. Ja, ja, ja. Und es gibt natürlich immer Menschen, die sagen, wir machen gleich den Umschlag auf und die war dann natürlich zum Teil überfordert. Ja, das, also wie gesagt, du sagst jetzt, es sind einzelne Elemente drinnen, die da eine Rolle gespielt haben. Aber ehrlich gesagt, ich kann nicht sagen, ob es da einen ausschlaggebenden Punkt gab bei der ganzen Sache oder was war es letzten Endes, dass das Ganze nicht so wirklich Erfolg war. Eine andere Sache, wo ich mich bei Carrara wunderbar daran erinnere, es war eine der ersten Anleitungen von euch, die gut war. Ja, ho, vielen Dank. Ja, sorry. Ja, ja, bin immer für einen ehrlichen Kommentar. Ich erinnere mich an die Anleitung von Morgenland, ihr hattet ja von dem Richard Priest das eine Spiel nochmal neu aufgelegt und ihr hattet dann versucht, diese Katan-Anleitung anscheinend zu kopieren, so wir haben diesen einmal nach und wir haben das hier und wenn man das, ich erinnere mich, wir haben damals über zwei Stunden gebraucht, ohne dass wir das Spiel gespielt haben, weil man tatsächlich irgendwie in so einer Schleife landen konnte und da nicht rauskam. Ja, also es war ein bisschen ohne, dass ich, ich bin immer für alles, ob es gut läuft oder schlecht war oder verantwortlich oder war, wie bis es das der Sohn übernommen hat und darum ist das immer meine Verantwortung, ist ganz klar. Ja, es war damals aber ein bisschen so, ein Mitarbeiter ist sehr stark auf diese Form, ja, von dieser Spielanleitung, wie es eben Alea hat, ja, ist ja drauf gestanden, wie man so sagt, das hat er sehr gemocht und hat das ein bisschen, naja, ein bisschen versucht, überall, egal ob das Spiel da tauglich ist oder nicht, sage ich es dir mal so. Aber wie gesagt, wir haben uns dann auch lange unterhalten darüber und wurde dann auch, denke ich, durchaus geändert, aber gut, ich habe vielleicht zu spät hingeschaut, ja, dass das nicht sich für alles eignet, ja, und das war ganz richtig, das war, es gibt auch noch andere Beispiele, dieser Art war leider so und haben wir dann versucht, ein bisschen zu ändern, ja, aber die Regel ist ja immer, heikler Punkt, weiß man ja, das wissen wir alle, ja, also das ist nie die einfachste Sache und ja, ist immer Herausforderung, eine vernünftige Regel zu machen, überhaupt, wenn es mehr ist und wenn es nicht wie beim Computerspieler, da hast du dann der Computer einspringt und dir was erklärt und dann kannst du wieder zurückkoppeln und fragen und so weiter, sondern du musst halt den ganzen Sermon da runterackern, ja. Ähm, also, jetzt hattest du auch noch erwähnt bei Carrara, da hat dein, dein Sohn war damals eingestiegen, der Moritz, der ja inzwischen den Verlag führt. Ja. Ich erinnere mich, es gab ein Interview damals in der Spielbox, das ist jetzt wirklich schon viele Jahre her, da war er noch mehr oder weniger so gefühlt volontär bei euch, ja, 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 und er hatte dann auch geschrieben so, ja, ja, mal gucken, was ich in meinem Leben machen will, ich mache das jetzt hier so, so nebenbei. Ja, 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 so hat es angefangen, ja. Und, äh, wann kam so der entscheidende Punkt, dass ihr, dass das Vater und Sohn sich da einig wurden, dass der Sohn das irgendwann übernimmt? Naja, gut, es ging ja zunächst einmal um einen Anfang, also, ja, und da hatte ich, äh, Mitarbeiter von mir, äh, gebeten, der gut am Computer ist und so, gebeten, äh, magst du mal, äh, dem Moritz, äh, da ein bisschen was zeigen, ja, und, und damit so ein bisschen in den Verlag rein. Und, äh, er hat damals auch so ein bisschen so gesucht, äh, äh, der Sohn, ja, gesucht, äh, was macht er dort oder da und so herum und, äh, na gut, haben wir gesagt, schau mal, wenn du Lust hast, ja, klar. Das war eigentlich der Anfang und, äh, er hat dann sehr schnell, äh, reingefunden und sehr schnell auch, äh, Gefallen dran gefunden am Verlag. Ja, und irgendwann war es dann schon klar, dass er, äh, sich, äh, dass der das wirklich auch zu seiner Sache, äh, machen will und macht. Und das ist natürlich für, äh, für den Eltern oder für die Eltern beide und so ist es natürlich eine schöne Sache, wenn es, äh, in dem Fall der Sohn, äh, sagt, ich möchte das wirklich zu meiner Sache machen. Und das war schon früh so, da war er noch drin, da war einmal, war einmal eine Zeit, wo der Hans im Glück, äh, mit Gedanken gespielt hat, äh, zu dem Verlag, äh, oder wo, ja, ich natürlich auch nicht mit dem Gedanken spiele, aber es waren Angebote am Tisch gelegen, sagen wir es einmal so, ja. Verkaufsangebote, ja, und keine wirklich schlechten, ja. Und damals hat Moritz gesagt, äh, schön und es ist schon, äh, nicht so übel, aber ich möchte selber weitermachen. Und er hat gesagt, wenn du das machen willst, dann wunderbar, ist sofort die ganze Geschichte vom Tisch, ja, und da sind ihn wirklich, äh, Interessenten von mehreren Weltgegenden gekommen. Und, äh, witzigerweise haben wir uns hier zusammengesetzt, also in Mallorca, und, äh, aber dann war das geklärt. Ich möchte es machen, ich möchte mich immer mehr reinarbeiten und gesagt, das ist das Beste, was passieren kann. Und da, was weiß ich, was für Angebot noch kommen kann, aber da möchte ich natürlich, dass du das dann machst und weitermachst, ja. Und damit war der, war, das ist aber gut, man kann über alles reden und, ja, und, äh, so hat sich das entwickelt. Und das hat er vielleicht auch noch mit, sage ich jetzt einmal ein bisschen spekulier, auch mit als, äh, Ansporn genommen, dass er damals gesagt hat, äh, ja, und das war zwölf, glaube ich, 2012, gesagt hat, nein, ich möchte den Verlag dann doch, äh, äh, weitermachen und zu meiner Sache machen. Wie viele Jahre hat dann die Übergabe noch gedauert? 16, Ende 16, Anfang 17 habe ich übergeben, ja. Das ist ja, also dann nochmal so vier, fünf Jahre? Ja, 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 ja. Nun ist es die eine Sache zu sagen, okay, wie leitet man einen Verlag, wie leitet man die Mitarbeiter, wie gehen wir an Sachen ran, ja. Aber das ist ja auch die andere Sache zu sagen, man hat ja so ein inneres Gespür, wie arbeitet man an Spielen, ja. Ich meine, wie du erzählt hast, ich habe von Anfang an immer gesagt, so, wir wollen an den Spielen arbeiten, wir wollen auch was machen. dieses Gespür kann man seinem Sohn ja nicht einfach irgendwie beibringen, sondern das müssen sie selber haben. Nun kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, ich habe ja oft genug mit Moritz am Tisch gesessen, er hat dieses Gespür scheinbar auch entweder geerbt oder irgendwie übernommen oder ihr habt wirklich eine Idee, wie man das Leuten beibringen kann und das gibt es da irgendein Rezept? Also Rezept kann ich dir leider, leider nicht sagen oder wie auch immer, ich kann es nicht sagen er hat halt immer natürlich sich nach der ganzen ersten Kennenlernsphase im Verlag mit rein technischen Sachen da, die wichtig waren und gut und sehr gut und alles, aber hat sich dann so in die ganzen Testgruppen und alles peu a peu immer mehr reingegraben, wirklich so richtig im Wortsinn reingegraben, reingegraben und seine, immer mehr auch seine Meinung dazu gesagt, ist klar und ja, ob es das ich denke, er hat es natürlich miterlebt, ja ich meine, er hatte, das war so ein Zwischenspiel mal, da war er 16 mit einem Freund hatten wir mal in den Ferien natürlich ist er da zur Schule gegangen und in den Ferien hat er dann ein paar so einen Job gemacht, aber das hat nicht wirklich funktioniert, das waren zwei 16-jährige naja, ein bisschen dumme Jungs ist ja klar, wie es halt so ist, ja und dann haben wir gesagt, das lassen wir besser wieder, gell und so, das war also so zwar erstes Reinschnuppern, aber ohne irgendwelche weiteren Konsequenzen und so aber dann wurde es wirklich ernst und dann hat er denke ich schon also auch sehr mit offenen Ohren, mit offenen Herzen und natürlich ganz offenen Verstand, hat er versucht das alles aufzunehmen und schauen, was da ist und so weiter und ja, das glaube ich, ist durchaus gelungen, ja. Habt ihr viel mit ihm gespielt, als sein Kind war? Naja, schon, allerdings jetzt gar nicht so sehr, meine Frau, muss ich dazu sagen, die ist jetzt keine Spielerin, wir spielen mit, ja, also das, wir spielen eigentlich, die spielt eigentlich nur Buraco, das ist so ein Romy oder Kanasta, eher Kanasta-Variante, ja und das ist halt so ein Spiel mit Freunden, ja, da spielen wir mit mehr, vor allem mit einem befreundeten Paar, ja, immer die Mädels zusammen und die Jungs zusammen, also die Männer und die Frauen zusammen, ja, das ist, wie halt solche Spiele sind, da wird geratscht dazwischen und so und das ist jetzt für einen Spieler, für einen Spielefreak ist es keine richtige Spielerei, aber so, das macht sie gern, aber sonst nichts. Eine Ausnahme, zu Weihnachten am 24. Dezember. haben wir immer zu dritt ein oder zwei Spiele gemacht und da hat immer gewonnen, die Mama, weil der Sohn und der Vater haben sie immer so herumgestritten, dass sie immer lachende Dritte war. Das ist aber schon Klischee zu Weihnachten unterm Baum mit einem Spiel gespielt. Ja, es war wirklich so, es war so, es war klischee-mäßig, da hast du vollkommen recht, aber es war so und da haben wir auch ganz normale Spiele gemacht und so, aber das war lustig. Ja, natürlich war es auch nicht immer so, aber häufig so und so, aber sonst, also sagen wir mal so, dass ich mir ein richtiges hingesetzt hätte und sage, jetzt sozusagen auch mit, immer mit dem Hinterkopf mit Verlag und so, wo er Kind war und so, ich meine, der ist mit vielen Freunden aufgewachsen, also als Kind, ja, und hat, glaube ich, da hoffe ich zumindest ein schönes Kind hat gehabt, auch mit, viel mit Freunden gespielt, aber ist keine Brettspiele oder kaum ein bisschen mal angefangen und so, aber also er hat es dann nicht wirklich, also von uns beiden, meiner Frau und mir sehen können, außer dieses Klischee zu Weihnachten, was aber wirklich so war. Ist das, ist das so ein bisschen so dann der, auch der kleine Kalle? Weil du hast am Anfang erzählt, du hast dich mit dem Kalle ja auch dann über irgendwelche Regeln gestritten. Liegt das dann jetzt an dir oder ist das vielleicht das Naturell, das dann irgendwie rauskommt? Ja, also da haben wir, da war es mehr, naja, wir wollen beide gewinnen und so und meiner Frau ist das relativ wurscht, ob sie es so spiegelt. Beim Borako ist sie sehr ehrgeizig, aber bei den anderen Spielen ist es ihr wurscht und die hat sich immer sehr amüsiert, wenn wir uns irgendwie über irgendwas in die Haare gekriegt haben, weil es sagt, einer gesagt hat, und da haben wir dann schon, vielleicht habe ich da auch, ohne jetzt so direkt mir das bewusst zu machen, ist ja klar, so mit, ja, das ist eine ernsthafte Geschichte, in dem Sinn ernsthaft, dass es so ein Spiel ist, da sollte man es ja auch rein, man sollte gewinnen wollen, wie das zu einem Spiel dazugehört, meine ich, ja, also, es waren keine kooperativen Spiele, ist ja nochmal was anderes und so und es macht auch Spaß, wenn man sich reinhängt in so ein Spiel, das hat er sicher da auch mitgekriegt, aber natürlich nicht von dieser einen Geschichte einmal im Jahr, ja, das ist klar, ja, und das hat dann, er hat dann auch mit Freunden relativ früh, aber eben auch so Brettspiele begonnen zu spielen, naja, das alles zusammen hat und dann wahrscheinlich dahin geführt. Nun spielst du ja selber auch, hast du auch von Anfang an viel gespielt und ich habe auch mitbekommen, dass du auch so ein Faible hast für natürlich bestimmte Arten von Spielen, die jetzt weit abseits sind von dem, was ein Hand zum Glück vielleicht hier rausbringen würde, also auch so ein 18xx kann bei dir mal auf den Tisch kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, wir haben ja auch 1800 rausgebracht, 1835 haben wir ja gemacht. Stimmt, das war am Anfang, ja. Das war das Zweite eigentlich, oder das Dritte, was richtig rauskam, nein, das Dritte, weil zuerst war das Urspiel 1825 von Peter und dann war 1830, ja, in das amerikanische Variante und dann war unser 1835 als nächstes Spiel, soweit ich mich erinnere. Also, von daher, ja, ich spiele gern komplexe Spiele, weil heutzutage, also, ja, man hat seinen Geschmack oder was weiß ich, ein Terraforming spiele ich leidenschaftlich gern, zum Beispiel, andere Spiele mag ich halt weniger, wie das ist, aber ich spiele nach wie vor gerne anspruchsvolle Spiele, sage ich mal. Und, ja, das war damals auch so, ja, und wir haben viel, ja, zu der Zeit eine Menge Diplomacy gespielt, ja, und also solche Sachen haben wir einfach in der großen Spielerunde mit Kalle zusammen oder mit Dieter Hornung, das ist unser Haupttester, jetzt schon lange pensionierter Richter, ein Münchner Sozialgericht, der einen Keller voll Spiele hat und so eine uralte Schätze im Keller hat, Spielerschätze und da haben wir immer gerne auch viele Spiele, damals viele englische, amerikanische Spiele, ja, die da waren, ja, also das war immer so, dass wir solche Sachen gern gemacht haben. Ist Bernd der Spieler auch Bernd der Sammler? Naja, also, ich habe schon gesammelt, zeitlang am Flohmarkt, wir haben also ein paar Jahre lang die Flohmärkte in München unsicher gemacht, mit Freuden, auch Kalle war dabei natürlich, und Freunde von uns so und haben Spiele gekauft da und natürlich auch dann immer getauscht vom Verlag, aber irgendwann war es dann ja auch eine Menge und das Ganze ist jetzt, ich sage Hausnummer, 15 Jahre her, da habe ich, da war Bernward Tole noch in Marburg, also mit dem Spielearchiv, da war es noch in Marburg, das ist ja schon lange, glaube ich, in Nürnberg, ja, und da habe ich immer gesagt, Bernward, ich habe so einen Haufen Spiele zu Hause, aber ich habe keine Lust, die zu katalogisieren oder sowas, ich schenke einfach, ich schenke dir einfach die Spiele, also dem Archiv natürlich, ja, klar, die Spiele, du musst nur wen schicken, der sie abholt. Und dann hat er, wenn ich habe, da hat er immer das Archiv, die haben so einen kleinen Lieferwagen gehabt, sage ich jetzt, ja, so ein Mercedes Sprinter, glaube ich, war das, und die sind immer so herumgefahren und den kannte auch, wer das ist, wer das war und die waren mal in Bayern herumgefahren, das war im Grunde auch immer für das Archiv, kam bei mir vorbei und ich habe damals 68 Umzugskartons gepackt, ja, da waren ein paar Dutzend zu drei, ja, Spiele und alles reingepackt, wirklich, was ich hatte, außer die Sachen, die ich selber mehr oder minder regelmäßig gespielt habe, ja, und habe gesagt, so, zack, und wir haben es vom Dachboden runter, weil die sind am Dachboden gelegen, ja, für nix, ja, ist ein Sparren, da muss ich das allerweil besser aufgehoben, wo es sonst, ein Spielearchiv zum Beispiel, aber ihr nehmt es und ihr macht es auf, wie ihr wollt es und katalogisiert es, ich habe nichts mehr zu tun damit, ich habe keine Lust, da jetzt mich dahinter zu hängen, weil das Gleiche war mal ein bisschen so ähnlich, gibt es ja in München auch, aber in Haar bei München von Tom Wernick hat er damals auch das Spielearchiv und Harra Spielearchiv und ich weiß nicht, wie es jetzt momentan ist, den Stand kenne ich nicht, aber der Tom hat gemeint, wenn, er nimmt es gerne, aber ich soll es katalogisieren, sage ich mal, ja, und er hat es gut gemeint und alles, habe ich gesagt, ich habe keine Lust dazu, ja, das ist da, 68 Umzugskartons sind eine Menge und da war ein Umzugskarton, da waren in dem einzigen sicher so diese Taschenbuchspiele und die kleinen Dinger, da waren ja gleich in dem einen Karton 80, 70, 80, 90 Spiele drinnen und das alles so wieder schauen, da habt ihr es und die haben es irgendwann aufgemacht und dann irgendwie eingearbeitet ihren Bestand, das war es, ja, und seitdem sammle ich nicht mehr und ist klar, im Verlag haben wir natürlich ja jede Menge auch Spiele von überall her, ja, das ist klar und weil wir tauschen viel oder das tauscht von Verlag zu Verlag, ist ja klar, ja. Hebt ihr die Prototypen alle auf von den schlappischen Spielen? Nein, das ist, da triffst du gleich einen ganz einen wunden Punkt, vor allem von mir, ja. Ich bin da leider sehr schlampig, ja, und habe irgendein, warum, irgendwann war es dann immer, wenn es gemacht ist, ist es gemacht und ich habe da leider eben da zu wenig oder fast gar nicht, ja, wie soll man sagen, auch wiederum katalogisieren und ein, irgendwo einreiten und sowas. Wir haben schon welche, aber nicht weit, nicht systematisch, ja, so ist es leider. Also da fehlen zum Teil einige, aber ihr habt, habt ihr dann übrigens noch ein vollständiges Verlagsarchiv? Also ist denn noch ein Dodge City bei euch im Verlag? Ja, ja, das schon, ja, ja, das ist schon, das hat ja, das Dodge City allein hatte glaube ich drei oder vier verschiedene, alle Hand gedruckt, das Sieb gedruckt, ja, da haben wir das schon und die Tiere im Wald, das Tiere im Wald mit mehreren Aufgaben, da gibt es eine schöne Geschichte dazu auch noch, ich weiß nicht, du musst sagen, wenn ich dir zu viel Geschichten erzähle, erzähl, sie mal raus. 1984, 1984 in Essen, ja, auch noch in der Volkshochschule, war Tiere im Wald und damals war der Kalle nicht dabei, das war das einzige Wahl, wo er gefehlt hat in Essen seither, weil er war irgendwie vorher mit seiner Freundin einen Urlaub gebucht, ja, war so. Ich fahre also nach Essen und war mit dieser zarten grünen Schachtel da, selbst auch wieder haben Sieb gedruckt, logischerweise, ja, und war, ja, gut, so eine Grafik von mir selbst gezeichnet, aber so, gut, bau dort auf, kommt von gegenüber, bärtiger Mann daher, kannte nicht, dann sagt er, hallo, ich bin der Hans, okay, ich bin der Bernd, ja, der Hans Rüttinger, ja, von drei Magierspiele und sagt er, also schau da, sagt er, ich muss dir gratulieren, wirklich, ich muss dir gratulieren, danke, sage ich, sagt er, dieses Tiere im Wald schaut original aus wie ein DDR-Spiel aus den 50er Jahren, so viel Mut muss man haben und das war ein, der Beginn einer guten Freundschaft, leider sehen wir uns jetzt kaum mehr, gell, und so, aber das war wirklich herrlich, ja. Ja, ja, er hat dann irgendwann drei Magierspiele, ging dann auch an Schmidtspiele. Ja, genau, ja, ja, ja. Er hatte zwischen drei Hasen in der Abendsonne. Ja, genau, ja, ja, ja. Er war damals so mutig und hatte eins der ersten Spiele für genau drei Spieler gemacht. Ja, das ist richtig, ja, war das das, äh. Ich glaube, das hieß auch drei Magier, das war das mit den dreieckigen Gruppen und so. Ja, 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 da magst du recht haben, ja, genau, ja. Ja, also, ja, und wir haben ja dann zusammen, er hat die Grafik gemacht von dem ersten Nachfolgespiel von Kakason, die Jäger und Sammler, gell, dieses erste Schwesternspiel, wie wir es dann immer nennen, die Dinger, ja, die hat er ja gemacht, der Hans, da war ja oft bei oben in Fürth, irgendwie, glaube ich, zwischen Fürth und Erlangen, wo er wohnt. Oder gewohnt hat, oder, glaube ich, immer noch wohnt, ja, und da haben wir, ja, also war schöne Zusammenarbeit, ja. Jäger und Sammler, da kommt jetzt persönlich auch ein bisschen Erinnerung rein, da habe ich noch letzte Änderung in der Regel gemacht mit dem lieben Jürgen, damals war ich nämlich Praktikant bei Schmidtspiele. Ah, sehr schön, ja, sorry, dass ich das damals nicht so. Nee, das ist schon okay. Mit dem Klaus Jürgen, oder was? Nee, mit dem Jürgen Valentiner Brandt. Achso, mit dem Jürgen Valentiner Brandt, ah ja, klar, bei Schmidtspiele natürlich, ja. Ja, ja, logisch, ja, ja. Ach ja, die Gabi Salomon und der Jürgen, wir haben ja damals beim Kakason am Verleihabend so ein, das war wunderbar, das ist ein Trimteam, schauspielerisch, gell, was sie da gemacht haben. Ja, ja, in diesem Urwald-Kostüm und so, ja. Ja, 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 herrlich, ja. Ja, ja, ah ja, klar, der Jürgen Valentiner Brandt, genau, ja, ja. Ah ja, siehst du das, ja? Da schließt sie. Weiß ich, wusste ich leider nicht, aber schön, das ist zu erfahren, ja. Ihr habt ja nun, habt ihr jemals auch Autoren gehabt, wo ihr festgestellt habt, da war die Arbeit jetzt schwieriger. Ich erinnere mich jetzt an ein Spiel, ein Spiel, das ich total toll finde, nämlich Müll und Manni, was, ich vermute mal wegen des Themas nicht so der Riesenerfolg gewesen sein könnte, da war ja ein Extrazettel drin mit einer Regelvariante, die bei uns nur Kopfschütteln ausgelöst hat. Also, die Zusammenarbeit mit dem Autor, Doktor, der war irgendwie Universitätsdozent, ach Gott, wie hieß er, mein Gott, Gedächtnis wird auch nicht besser, also auf jeden Fall, die war problemlos. Nur, er war eigentlich kein Spieler, er hatte eine gewisse Botschaft, ja, und da haben wir gesagt, gerne, und er wollte ja eigentlich so eine, und das ist wahrscheinlich das, was du meinst, das als Diskussionsgrundlage des Spiels über die Umweltproblematik, ja, und das Ganze ist ja doch schon einige, viele Jährchen her, ja, also, jetzt redet er jetzt, jetzt spricht jeder über die Umweltproblematik, Klimawandel und so weiter, damals noch viel weniger und das war ihm Anliegen. Und er hatte das auch sowas, so eine Art, ich sage mal, als Seminarstoff verstanden, wissen wollen, ja. und wir haben aber gesagt, da, oder ich habe ihm dann natürlich gesagt, also, wenn wir das machen, dann muss schon ein richtiges Spiel rauskommen, ein spielerisches Spiel, also, es gibt wenig Sinn, nur, also, vor allem, da haben wir gut, beim Waldmeister ist ja auch ein Spiel, aber da haben wir sozusagen die bezahlte Gesamtauflage, haben wir da reingekriegt durch die Forst, Forstamt oder so, aber das machen wir ja für uns, also, vollkommen das normale halt Fragsrisiko und da muss schon ein Spiel rauskommen, aber wenn das nachher du oder sie, ich weiß gar nicht mehr, verwenden willst als Seminargrundlage, gerne, aber es muss auch ein richtiges Spiel sein, es darf nicht das nur zu sehr, weil wir, für Lernspiele haben wir noch weniger Namen gehabt, noch weniger als für Kinderspiele und, ja, und so war das dann. Warum es nicht so gut angekommen ist, ist natürlich immer Spekulation, also, zumindest kann ich es nicht mehr sagen, es war damals vielleicht auch ein bisschen die Zeit, die Zeit von die Umwelt oder die Umweltthematik, nennen es mal so, auch verbunden mit der damals zum Teil auch den Grünen, wie sie damals waren und so, ein bisschen, aber auch so in Alternativkreisen ja, so ein bisschen Eier, Popeye, wir bauen uns eine Sonnenblume und dann ist das alles so nett, also, ist eine Spekulation von mir, ich wiederhole es ja, ja, und das, natürlich Müll und Money ist also eher die harte Geschichte, wir wollen kein Müll machen, aber es ist Geld involviert in die ganze Zeit, das hat man nicht so ganz gerne gehört da, also Geld ist so bestimmt, das ist ja heute auch noch vielfach so, du hast die einen, die machen das Geld, die anderen machen und so weiter, brauchen wir nicht vertiefen, aber das war vielleicht ein bisschen weg vom grünen Image, damals oder wie ja immer und hat nicht so zum Thema so gepasst, das ist meine Spekulation, auch nicht ganz unbegründet, man kriegt ja schon Rückkopplungen, ist ja ganz klar, gut, ob es vom Spiel her, ich meine, es ist vom Spiel her, ja, es war ein nettes Spiel oder so, war okay. Hat so einen spannenden Trafmechanismus. Ja, genau, der war durchaus gut, ja, der, sagen wir mal so, es hat, du musstest einfach auch, musstest einfach Müll reduzieren, sonst warst du rettungslos verloren und es ist immer so, wenn es ein Muss gibt im Spiel, ist es nicht so ganz so eine Sache, ja, wo du nicht auskommst, hast du nicht die spielerische freie Wahl, vielleicht war das der Grund, aber ja, das war es, was ich jetzt so erinnere. Lass uns nochmal über einen anderen Autor reden, über Rainer Knizia. Ja. Ihr hattet Modern Art, ein Spiel, was die Jury jetzt gefühlt ignoriert hatte, was dann aber damals den Deutschen Spielepreis gewonnen hat, mit einem deutlichen Abstand, wie ich finde, auch verdient. Ja. Und das war ja auch etwas, also das Ansehen von Hans im Glück war natürlich auch zu einem gewissen Grad mit Rainer Knizia verbunden. Ihr hattet Spiele wie Euphrat und Tigris, was die Jury mehr oder weniger gefühlt auch wieder ignoriert hatte. Ihr hattet auch mit Amun Reh mehr oder weniger den letzten Rainer Knizia für Vielspieler. Ja. Und ihr habt danach nichts mehr mit dem Rainer gemacht, der Rainer hat danach auch keine Vielspielerspiele mehr gemacht. Ja. Gibt es da einen Zusammenhang oder könnten wir uns da irgendeine Geschichte uns überlegen, irgendeine Verschwörungstheorie oder ist das einfach so passiert, dass man sich auseinander gelebt hat? Ja, der Rainer, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll, aber fange ich halt irgendwo an. Der Rainer hat mir halt einmal gesagt, er hat einfach schlicht und einfach so viele Verpflichtungen und er lebt ja davon. Inzwischen ja. Von der Sache, schon lange, 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 schon vor England. Bei Euphrat und Tigris hat er aber noch bei der Bank gearbeitet. Ja, da hat er noch bei der Bank, da ist er auch nach England gegangen. Für ganz soweit ich weiß, wie die HVB oder nachher, hat er ja die ganze Software in England gemacht. Aber das weiß ich jetzt nicht so ungefähr, ich bin in Erinnerung. aber er weiß eher noch viel besser und so kam er ja, glaube ich, nach England. Und da hat er ja dann, wie er aufgehört, hat er ja doch sehr viele Spiele gemacht, auch Auftragsspiele. Und er hat mir einmal gesagt, er würde gern auch komplexere Spiele machen, aber er hat einfach nicht die Zeit dazu. Ja, er ist dann eingebunden, weil es ist schon richtig, nichts schneller ist verloren als ein Name in einer gewissen Hinsicht, ja. Also, wenn er es ablehnt, sagt, dort fragen ihm wahrscheinlich tausend Leute, mach uns ein Spiel aus Werbegründen, aus Sonstigen, aus Sonsten oder auch Verlager, Nachfolge, Dinge und so weiter, was er ja gerne macht, er schon immer gerne gemacht hat, ja. Ja, da hat er auch mal mir eine schöne Geschichte erzählt von seinem Mathematik-Professor, er ist ja Mathematiker, ja, von Profession her, der hat gesagt, wenn du mal was hast, was wirklich einfragt, ja, dann, warum bleibst du da nicht dabei oder reitest du eine Zeit lang, das ist in meinen Worten gesagt, ja. Das hat er schon gemacht, aber es ist klar, du bist schnell draußen, wenn du sagst, nee, ich habe jetzt keine Zeit zu dem Verlag oder nee, zu dem, du sagst, holen wir uns einen anderen, ja, ist klar, weil ich ein komplexes Spiel machen will. Also, also das war schon, glaube ich, mit dem Grund, dass er dann gesagt hat, die anderen Sachen, die füllen ihn so aus, die anderen Aufgaben spielerisch, dass er also einfach nicht wirklich zu einem komplexen Spiel kommt, das seinem Anspruch genügt und er hat ja einen Anspruch, das ist ja ganz klar, wenn er solche Sachen macht, wie eben Euphrat und Tigris oder Arm und Reh und auch Modern Art natürlich, ja, wobei Modern Art gibt es schon auch, wie bei allen eine Geschichte, Modern Art kam zu uns als Kartoffeln, Kartenspiel mit, ich weiß es nicht, sagen wir mal 40 Karten, die hat man runtergespielt in 20 Minuten, das war's und dann gesagt, das ist schön, aber das kann es auch nicht sein und da muss ich sagen, hat der Dieter Hornung, hat das Ganze zu dem gemacht, was es ist, ja, schon, also wirklich 50-50, wenn man so will, die Geschichten da, ja, also er hat diese drei Stufen gemacht, ja, das war vor einem Viertelstunden Kartenspiel, da hat man das da gemacht, irgendwie, keine Ahnung mehr, wie ist es im Detail gegangen und so, dass man also, dass der Künstler, der da was macht, auch weiter zählt in der nächsten Stufe und dann in der dritten Stufe und so weiter, ja, und wie das Ganze auch so gemacht wird, dass eben aus dem Kartenspiel ein Brettspiel wird mit Karten, ja, und so, ja, das hat damals der Dieter sehr gut hingekriegt und der Rainer ist ein absolut kooperativer Autor, also da kann man sehr gut, konnte man immer zusammenarbeiten und es gab auch überhaupt keine Auseinandersetzung irgendwo, sondern er hat dann einfach gesagt, er ist so eingespannt in die andere Schiene, dass er leider jetzt keins mehr, und er hat ja, glaube ich, keins mehr gemacht, gar Anspruch, ganz anders. Amun Reh war das Letzte. Ja, 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 es hat uns auch sehr leid, und ihm auch, glaube ich, ich glaube schon, dass es ihm selber auch leid tut, ja, aber wie gesagt, ich denke, er hat dann sich gesagt, vielleicht später mal, wenn, dann, was weiß ich, im Rentenalter oder so, keine Ahnung, sage ich aber, ja. Er hat ja seinen Job bei der Bank irgendwann aufgegeben. Ja, ist auch schon lange her, ja, klar, ja. Also, so, aber es gab überhaupt Gegenteil, es war wunderbar, immer wunderbare Zusammenarbeit, aber wie gesagt, ja, und er hat dann eine modernen Art Kartenspiel gemacht, aber so, aber dann haben wir gesagt, du, mach das du, da, aber da, das ist jetzt nicht mehr unsere Geschichte und, und dann hat er es woanders gemacht, ja, aber, ja, und sonst haben wir eigentlich, äh... Würdest du sagen, dass ihr euch da gut befruchtet habt, dass, also, so wie er daran gewachsen ist, ihr daran auch gewachsen seid? Ja, klar, natürlich, das ist immer so, das war mit Wolfgang Kramer, äh, das war mit allen, also, mit vielen Autoren so, dass du, die gegenseitige Befruchtung, unter Anführungszeichen, die ist immer gut, also, wenn es meistens gut gelaufen, ja, und, äh, ja, das hat Spaß gehabt und du lernst immer was dazu, überhaupt keine Frage, ist klar. Warum? Ähm, wir versuchen mal jetzt den Kreis zu schließen und kommen zurück jetzt, wir sind ja hier in Mallorca, ja, äh, du hast hier inzwischen eine Finca, ja, und wir sind hier auf diesem Klicken-Abend-Gathering, ja, und das Ganze hat ja seinen Ursprung auch mit euch und dem Ralf Zollinde hier auf einer Finca, ja, genau, da ging es um das Spiel Finca. Richtig, ja, also, wir haben uns kennengelernt, äh, also, jetzt, Ralf und ich, äh, beziehungsweise muss ich einen Schritt vorher beginnen, Mitarbeiter von mir, ich glaube, das waren wir damals, der, 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 der Schorsch und die Jasmin, äh, hatten, äh, den Ralf kennengelernt, ja, und, äh, und, äh, und, äh, haben gesagt, er ist ein ganz uriger Vogel da, ganz uriger Typ, der Mathematiklehrer oder was er irgendwie so war, aber mit großem offenen Hemd und riesen, äh, 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 Mensch und, äh, aber unglaublich sympathischer Mensch und der Typ da und, äh, der hat uns da irgendwas gezeigt, ein Spiel namens eben Finca und, äh, ja, das schaut ganz interessant aus und so, ja, und das hat er zusammen miteinander mit Wolfgang Sendka hat er das gemacht und, äh, würde uns das auch gern zeigen und so weiter, ja, und dann haben wir uns das halt angeschaut, wie immer und so und dann haben wir auch ein bisschen, wie immer auch ein bisschen rumgearbeitet und hin und her und so, ja, und so haben wir uns dann kennengelernt. Und dann war ja das nominiert, Finca, aber eben Dominion auch und Dominion war halt auch sehr übermächtig, ja, als Spiel, da war es so halt, ja, und, äh, äh, ja, ich, ehrlich, bei mir war es ehrlich gesagt fast so, dass ich, äh, lieber gehabt hätte, wenn Finca das Spiel des Jahres geworden wäre. Ja, das kann ich im Nachhinein verstehen. Dominion hätte sich sowieso sehr gut verkauft und Finca um einiges besser als Spiel des Jahres, ja, wie es war. War so, wie es war und so haben wir uns kennengelernt und dann, äh, hat der, ich weiß nicht, ob er da dann angefangen hat, äh, oder vorher schon, kann ich es nicht sagen, in seiner ersten Finca, mittlerweile hat er ja noch eine zweite, große, größere, wo er jetzt auch lebt, mit Frau und Kind und da hat er diese, 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 diese Spielewoche ins Leben gerufen, ja, ich weiß nicht, ob du weißt, wann das, äh, war das, das war jetzt vor zehn oder was, oder? Vor elf Jahren, glaube ich, kann das sein. Ja, ich glaube, zehn, zehn war es auf jeden Fall, ja, dann wäre es auch noch, war es 2009 schon, ich glaube 2009 schon. Ja, könnten wir ihn ja mal fragen, aber, äh, okay, ja, also wie ja immer. Ja, und wir haben damals, meine Frau und ich, äh, und, äh, Sohn war auch schon am Anfang, klar, haben, äh, dann in einer Finca, also da, 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 da haben wir fast alle beim, beim Ralf in seiner Finca da gewohnt, mit Schlafzöcken, alles junge Leute und meine Frau und ich, wir hatten uns eine Finca irgendwo, da hat der Ralf uns von seinem Finca Jorker eine besorgt, ja, und dort haben wir, äh, ähm, gewohnt und, äh, ja, und dann hat er, das war, glaube ich, 2011, äh, hat er gesagt, äh, ja, irgendwie habt ihr nicht einmal Lust, euch sowas anzusehen, ja, so eine schöne Finca oder irgendwie sowas und, ja, und meine Frau hat abgewunken, gell, und so, und ich habe dann so einen Katalog gekriegt und da habe ich also, naja, wie sagt man, Blut geleckt oder Feuer gefangen oder, ja, und dann haben wir uns halt ein bisschen umgeschaut und, äh, haben dann, äh, was gefunden, was uns beiden sehr, sehr gut gefallen hat und dann haben wir, also, ja, einfach diese Finca gekauft, ja, und, äh, seitdem sind wir halt, wie es am Anfang schon war, so ungefähr vier, viereinhalb, fünf, fünfeinhalb Monate im Jahr, also, ja, äh, hier und, äh, ja, aber natürlich nicht so ganz, weil, muss ich auch zu meiner Schande gestehen und da muss ich meine Frau auch, äh, mit ein, äh, nehmen, äh, mit dem Spanisch schaut's nach wie vor zappenduster aus, ja, ja, es ist natürlich, du brauchst das eigentlich nirgends so richtig, ja, obwohl, ja, klar, ja, also, im Gegenteil, Gott, das will nicht sagen alle, sozusagen, man merkt schon, wie sie denken, hoffentlich sagt er es nicht, Radebrechter nicht irgendwas in Spanisch, das verstehe ich weniger, als wenn er Deutsch spricht, im Geschäft oder sonst wo, ist klar, also, ist so und, ähm, das leider schaut schlecht aus, Ralf spricht natürlich, glaube ich, fließend, äh, fließend Spanisch, ja, ist natürlich die ganze Zeit hier mehr oder minder und hat auch sein Geschäft hier, äh, na, äh, ja, gehabt bis vor kurzem, ja, und, äh, ja, also, da so hat's und, äh, also, wir haben's nicht bereut. Ich bin jetzt trotzdem verwundert, dass ihr halt nur ein halbes Jahr lang oder sowas immer hier seid. Nur? Naja, also, ich könnte mir vorstellen, ihr könntet doch auch hier das ganze Jahr lang leben. Naja, gut, aber, äh, die Freunde. Die Freunde, okay. Die Freunde, ja, es ist so hier, ja, wenn wir vielleicht sehr gut Spanisch könnten, dann hätten wir auch ein paar spanische Freunde, ja, und es, äh, es, wir haben hier die Nachbarn, ja, die, das ist sehr schön, aber die sind natürlich auch sporadisch da. Das sind zwei von der Nachbarfinka, die sind, äh, beide Ärzte und noch, noch berufstätig, äh, hören auch bald auf oder so, also, die sind immer nur, äh, noch viel sporadischer da als wir, ja, und dann haben wir jetzt neue Nachbarn gekriegt, äh, die sind irgendwo von Ulmer Gegend her in Deutschland und, äh, sind noch sporadischer da, sag ich mal, da sitzen wir dann zusammen, schön, ja, aber so langjährige Freunde, wirklich langjährige Freunde, die haben halt in München hauptsächlich. Und dann will die Frau auch mal wieder ihr Spiel spielen. Genau, da will sie auch wieder ihr Spiel spielen und ich möchte natürlich auch wieder, äh, ja, mit, äh, mit den Münchner Freunden zusammen, ist klar, weil da können wir ja doch, äh, doch einige, äh, was weiß ich, sagen wir mal, 40 Jahre oder noch länger mittlerweile und, äh, das fehlt schon. Die sind alle auch mal da für die Woche oder sowas ist, ja, ist klar, aber, ja, das ist halt eingelebt und, äh, im Lauf der Jahre, Gott sei Dank, kriegt man halt dann, äh, ein paar gute Freunde und die, ja, das ist schon der Hauptgrund, ja, warum wir dann, äh, dann halt so oder so aufteilen. Wie es später wird, weiß kein Mensch, müssen wir schauen, aber momentan ist es so. Und noch Freunde in Österreich? Naja, ich bin, meine, meine Eltern sind, äh, Mitte, Mitte bis Ende der 90er Jahre gestorben, beide, ja, also, ich hatte über die Spiele, äh, Szene, äh, ein paar Freunde, äh, gerade in Graz, den Arno Hofer, äh, weiß nicht, ob es so zufällig der Name, von Ludovico hieß das, äh, aber der hat auch dort aufgehört und ich weiß auch nicht, der ist jetzt ins Burgenland gezogen, also das Ganze ist ein Steiermark für nicht so Kundige und, äh, in zwischen, ja, also wir sind, ähm, einmal im Jahr sind wir in Salzburg, weil wir gerne zu den Festspielen, so Klassik, äh, hören, sag ich mal und, äh, ansonsten, äh, kenne ich praktisch niemand mehr, auch die Verwandten, ja, es gibt so gute Keine. Wann ist halt in München verwurzelt? Also, ja, München ist absolut die Heimat und, äh, ja, klar, ist jetzt so und meine Frau ist ja auch nicht aus München, die ist aus dem Frankenland, aus Schweinfurt und, äh, lebt aber auch, äh, genauso lange wie ich in München, ja, also. Für mich Berliner ist das auch Bayern. Bitte? Für mich Berliner ist das auch Bayern. Ja, genau, ja, also, von daher ist ganz klar natürlich der, der, äh, Mittelpunkt, der Lebensmittelpunkt ist München, ja, klar. Ja, das Verlag ist jetzt halt nicht mehr ein Lebensmittelpunkt, äh, tut das noch im Nachhinein weh, das an den Sohn abgegeben zu haben? Nein, also überhaupt nicht, muss ich sagen, also ich habe jetzt, äh, von, wenn man so will, von 82, ja, bis 16, naja, das ist auch nicht ganz kurz, den Verlag, äh, ja, verantwortlich geführt, äh, einige Jahre wirklich im Wurzinn alleine, da mit meinen Mitarbeitern, ja, die, äh, sehr gute Arbeit, äh, gemacht haben und ich denke, immer noch machen, ja, und, äh, aber es langt irgendwann, es reicht, ja, irgendwann und, äh, ich sage, äh, es ist wunderbar, ich mache ein paar Sachen, wenn es mir Spaß macht und ansonsten, ich habe auch wirklich die Verantwortung abgegeben, ich bin kein Freund, dass ich da jetzt noch mitmische, wirklich so, wir besprechen uns natürlich, ist ganz klar, und, 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 ja, und so, aber die Verantwortung und vor allem die Entscheidungsverantwortung, die liegt bei ihm und das möchte ich auch so, ja, also, wie gesagt, es gibt, man hört von vielen Fällen, wo der Alte immer noch reinquatscht und reinquatscht und, in Gottes willen, man ist ähnliche, gibt da ähnliche Ruhe oder so, ja, da habe ich immer wenig davon gehalten, ja, ein, entweder hat der eine das Sagen oder der andere, ja, aber, oh, man spricht sich ab, aber einer muss entscheiden, ja, und wirklich entscheiden und das tut er und da, also, ich muss sagen, ich habe es noch keine, äh, halbe Stunde bereut und ich hoffe, dass es so, auch so weiter ist. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es etwas gibt, was man da bereuen könnte, weil er macht einen super Job. Also, ich hoffe und ich glaube und was ich an Rückkopplungen bekomme, von vielen Seiten her ist es genau so, wie du sagst, ja, und ich bin nach wie vor der Haupteigentümer vom Verlag, da schon, weil das ist ja mit Übertragung immer so, sind so Geschichten da, also schon, aber das ist egal, ja, aber das ist egal, das ist das Wenigste und, und, und wenn, dann zahlen wir unsere Steuer, genauso wie jeder und so, das ist keine Frage und haben wir auch schon natürlich, aber die Entscheidung liegt bei ihm und das soll so sein. Sagen wir, fassen wir es zusammen, Hans im Glück hat ein echtes Bernd im Glück, aus nichts heraus ist dann, würde ich behaupten wollen, der Goldklumpen geworden. Ja, ein bisschen haben wir es oder wurde es in der Richtung schon, das ist richtig, ja. Und von da aus gesehen, ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu reden und mir Rede und Antwort zu stehen und ein paar schöne Anekdoten von dir zu geben und alle unsere Hörer, denen das gefallen hat, hinterlasst ein paar Kommentare, wenn euch irgendwelche Sachen einfallen. Ich sehe den Bernd nur einmal im Jahr hier auf Mallorca, aber ich traue mich dann auch gerne, dann nochmal nächstes Jahr nachzufragen und dann eure Fragen zu beantworten. Du, Matthias, ich bedanke mich ebenfalls und es hat mir großen Spaß gemacht, ja, also einfach mal so ein bisschen auch über die alten Zeiten zu reden und zu merken, das Interesse auch von dir, gell, und ich hoffe genauso wie du, dass das dem einen oder anderen doch ein bisschen Spaß macht, wenn er das hört, gell, und wenn irgendwelche Fragen sind und ich kann sie beantworten oder einen Kommentar dazu gehen, gerne, ja. In diesem Sinne danke ich dir auch recht herzlich. Super, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.